Und dann begrüße ich euch auch ganz herzlich zu unserem Bro-Time-Experten-Talk. Heute zum Thema Migräne und Kopfschmerzen in der Therapie und Praxis. Und wie so oft, ich habe ein bisschen was mitgebracht, habe eure Fragen erhalten, versuche sie bestmöglich mit zu integrieren. Für die, die heute das erste Mal mit dabei sind, so viel Zeit sollte sein, damit ihr wisst, mit wem ihr jetzt hier zu tun habt. Mein Name ist Matthias Baum. Ich arbeite für artgerecht, insbesondere solche Themen wie Vorträge, aber gerne auch für Podcast- oder Produktentwicklung. Und erlaube mir immer, diese abendlichen Veranstaltungen normalerweise einmal im Monat zu machen, wenn die Mails rausgehen. Aber eben aus dem Grund, weil ich selbst auch in der therapeutischen Praxis hier in Hamburg tätig bin und deshalb immer ein bisschen Input mitbringe und offen bin für alle Diskussionen, Fragen. Von daher, wie Noelle gerade schon gesagt hat, ihr könnt das gerne in den Chat schreiben. In Wahrheit schaue ich dann auch immer ein bisschen mit drauf. Aber ansonsten kann Noelle die stellen. Entschuldigung. Ansonsten ruft einfach rein. Soll ja eine offene Talkrunde sein. Ansonsten zeige ich euch einmal, was ich mitgebracht habe und wie ich mir das heute Abend vorgestellt habe. Ich möchte einmal auf Schmerzen im Kopf eingehen. Wir haben es Migräne und Kopfschmerzen genannt. Und wie das so ist, erst kommt der Titel, dann kommt nochmal die finale Ausarbeitung. Und der Fokus liegt schon mehr im Bereich Migräne, aber ich gehe auf einige Punkte ein. Also wollen wir insbesondere auf das Thema Unterscheidung zwischen Kopfschmerzen und Migräne schauen. Dazu ein paar epidemiologische Daten, Symptome und natürlich so diese Unterscheidung zwischen Akut. Akut ist eigentlich synonym zu episodisch und chronischer Migräne eigentlich einmal genauer darauf einzugehen. Dann kommt der wirklich meines Erachtens sehr spannende Part der Wirkmechanismen. Also was passiert eigentlich bei einer Migräne? In dem Kopf oder da, wo es eben genau stattfindet. Und gucken uns logischerweise drei wichtige Punkte mit an. Einmal die evolutionäre Perspektive, die bei Migräne extrem interessant ist. Wir schauen auf die Lebensverlaufsperspektive. Also wie kann sich das verändern? Das passt auch zu dem Thema akut, episodisch, chronisch. Und natürlich das Thema Exposomen. Also was sind vielleicht Umweltfaktoren, die eine wichtige Rolle spielen können? Das kommt immer mal wieder mit dazu. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch Komorbiditäten, die gerne mit Migräne in Verbindung stehen. Für die, die ihr wahrscheinlich einige an Migräne-Patienten in der Praxis habt, wisst ihr, dass dann häufig doch noch andere Dinge mit in Verbindung stehen. Und darauf wollen wir nochmal auf ein paar Punkte eingehen. Und natürlich dann auch etwas in Richtung Diagnostik und Therapie. Diagnose-Kriterien, einfach, dass man es mal gehört hat, Therapie-Optionen. Und tendenziell eher der, ich habe es jetzt mal präventiven Ansatz genannt. Weil einen, können wir uns wahrscheinlich schon darauf festlegen, ein präventiver Ansatz wäre ja logischerweise, vielleicht nicht etwas verschwinden zu lassen, aber die Episodenhäufigkeit und die Intensität zu verringern oder vielleicht es dann von den Symptomen her verschwinden zu lassen. Warum das in dem Kontext ein bisschen was anderes ist, sehen wir dann, glaube ich, wirklich bei den Wirkmechanismen. Also, ich habe einige Sachen mitgebracht. Wie schon erwähnt, eure Fragen habe ich versucht mit aufzugreifen, versuche sie alle mit zu beantworten. Wenn ihr das Gefühl habt, hier müsste jetzt meine Frage kommen, ruft sie bitte einfach rein. Und wir starten direkt rein und gucken uns eher dieses Thema Klassifikation von Kopfschmerzen grundsätzlich einmal an. Wenn wir oben hier in unserer schönen Grafik einmal die Kopfschmerzen haben, können wir die unterscheiden in drei wesentliche Bereiche. Das ist schon so hinterlegt, dass man schon weiß, welchen Pfad wir heute Abend gehen wollen. Wir haben einmal die sekundären Kopfschmerzerkrankungen, auf die wir heute nicht spezifisch eingehen. Wir haben dann kraniale Neuropathien, andere Gesichtsschmerzen, andere Formen von Kopfschmerzen, die eher auch in diese sekundäre Richtung mit dazugehören oder eine andere Ursache haben. Und die primären Kopfschmerzerkrankungen. Und da sind einige mit aufgeführt, so die gängigen, die man immer mal wieder hört. Spannungskopfschmerz, Clusterkopfschmerz, andere Trigemino-autonome Kopfschmerzerkrankungen. Ein schönes Wort, weil wir uns im Endeffekt auch im Kontext der Migräne in dem Bereich bewegen. Und die Migräne selbst nochmal in der Einteilung mit Aura und ohne Aura. Das ist wichtig in dem Entstehungsprozess, wie letztendlich eine Migräne als Mechanismus dann abläuft. Von daher ist es aber auch wichtig im Kontext, wenn wir uns anschauen, wie wir diagnostisch vorgehen, um bestimmte Dinge abzufragen. Wenn wir uns diese Unterscheidung dieser primären Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerz, Clusterkopfschmerz und Migräne anschauen, dann gibt es so ein paar wesentliche Faktoren, die hier einmal mit aufgeführt sind. Also beim Spannungskopfschmerz, das Bild zeigt es schon immer relativ gut, beidseitig, Stirn, Hinterkopf. Dauer ist irgendwas zwischen 30 Minuten und sieben Tage. Es ist dumpf und drückend und es ist eher nicht verstärkend durch körperliche Aktivität ohne Übelkeit. Das sind einige der Symptome, die damit in Verbindung gebracht werden, dass es nicht alleinstehend. Clusterkopfschmerz, einseitig, hinter einem Auge, Dauer meistens zwischen 15 bis 30 Minuten. Wir haben hier eine höhere Attackenfrequenz gegebenenfalls mit dabei. Wir haben eher einen stechenden, bohrenden, stark bis sehr starken Schmerz und auch regionbedingt Augensymptome, nasale Symptome, Schwitzen im Bereich im Kopf und oder Unruhe, Agitation gehören ebenfalls mit dazu. Diese gehört wie mit dem Migräne auch eher, und ihr seht es unten nochmal, eher zu den anfallsartigen, heftigen, meist einseitigen Schmerzen. Und da kommen wir eigentlich auch zu diesen, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Kardinalsymptomen der Migräne. Die Aura habe ich schon mal erwähnt, die letztendlich nicht die Aura ist, die jemand anderes hat, sondern man selbst das Gefühl einer Aura hat und die meistens oder sich häufig im Bereich des Visuellen abspielen. Das muss nicht unbedingt nur dort stattfinden. Mit und ohne Aura ist aber bei Migräne möglich, häufig einseitig, mäßiger bis schwerer Schmerz. Und die Dauer, und das bezieht sich jetzt nicht auf die Dauer der Migräne oder des Hirnstoffwechsels eines Migränikers an sich, bezieht sich aber auf 4 bis 72 Stunden. Also hier haben wir die Kopfschmerz-Episode von 4 bis 72 Stunden. Und das findet man immer wieder auch in der Literatur, kennt ihr wahrscheinlich sonst auch. Pochend, hämmernde, pulsierende Schmerzen, Verstärkung durch körperliche Aktivität, Übelkeit, Erbrechen gehört sehr eng mit dazu und Licht- und Lärmempfindlichkeit. Diese typischen Symptome, Licht-Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen, einseitiger Kopfschmerz, das sind eigentlich so die wesentlichen Kernpunkte, wenn wir über Migräne sprechen. Und wenn wir uns dann in der Tiefe genauer anschauen, ich wollte euch hier kurz noch etwas, ich habe mir hier noch ein paar Notizen dazu gemacht, wollte ich natürlich noch mit erwähnen, dass wenn wir Kopfschmerzen uns grundsätzlich einmal anschauen, dass eben, das kennt man wahrscheinlich von sich selbst auch, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Es gibt Untersuchungen dazu aus dem Jahr 2020, wo 5.009 Erwachsene befragt worden sind und über die häufigen, über Kopfschmerzen und Migräneerkrankungen abgefragt worden ist, Migräne und Spannungskopfschmerzen. Und letztendlich knapp 60 Prozent der Frauen, knapp 45 Prozent der Männer angegeben haben, dass sie mindestens einmal Kopfschmerzen in den letzten zwölf Monaten gehabt haben. Und bei näherer Befragung, eben genau diesem Abprüfen der Symptome und der Arten, kamen die auf Ergebnisse rund um 14,8 Prozent bei Frauen und 6 Prozent der Männer, die die klaren Kriterien für eine Migräne erfüllt haben. Warum ist das wichtig zu erwähnen? Weil es eine extrem hohe Anzahl ist und weil Migräne, wenn wir in dem Krankheitskontext bleiben, eine Erkrankung ist und die Erkrankung also bei knapp 15 Prozent der Frauen und 6 Prozent der Männer auftritt, episodisch. Das heißt nicht, dass sie nur einmal im Jahr auftritt, sie kann häufiger auftreten. Das ist dann eher etwas, was uns bei episodisch zu der Chronifizierung in der Definition gleich nochmal eher da hinführen lässt. Und es ist deshalb auch wichtig, weil es eine extrem große bekannte Zahl ist. Es ist noch viel wichtiger, dass es sehr viele, eine sehr große Dunkelziffer gibt, die auch diese Diagnose Migräne, obwohl sie doch so bekannt und so häufig vielleicht auch gestellt wird, nicht wirklich ein Thema ist. Aber kurzum, es betrifft extrem viele Menschen, was für solche Erkrankungen auch eher, also solche Erkrankungen, nämlich wir sprechen ja über eine neurologische Erkrankung, eher untypisch ist. Und wir sehen verschiedene Faktoren, die das mit begünstigen, zum Beispiel genetische Faktoren. Jetzt wissen wir immer, wenn wir über genetische Faktoren sprechen, dass das alles Mögliche sein kann. Fakt ist aber, wir haben gerade bei der Migräne eine sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Gen- und Genvarianten, die sich sehr häufig eben auch präsentieren. Und dementsprechend das ganze Migräne-Gehirn irgendwie mitformen und mit begünstigen. Und wenn das in so einer Häufigkeit auftritt, scheint es nicht nur irgendwie ein Zufall zu sein, sondern es scheint vielleicht ein evolutionärer Hintergrund dabei zu sein. Dazu kommt dann gleich nochmal etwas mehr. Erst noch so ein bisschen die grundsätzlichen Themen nochmal. Einteilungskriterien von Kopfschmerzen, Migräne, Spannungskopfschmerzen, sonstige Kopfschmerzen. Und wir reden hier immer wieder von Kriterien, die sind euch wahrscheinlich schon häufiger mal begegnet. Ich habe die hier unten einmal in dieser Tabelle aufgeführt, wo wir uns von A bis D eigentlich durcharbeiten, von Anzahl, also wie häufig treten Attacken auf, mindestens fünf Attacken auf die gesamte Lebenszeit bezogen. Und Dauer der Attacken eben wieder typischerweise in den vier bis 72 Stunden Zeitfenster, die vorhanden sind. In der Kategorie C haben wir dann Charakteristiken aufgeführt. Also Schmerzen treten typischerweise links oder rechts auf der Kopfhälfte auf. Wir haben diesen pulsierenden, pochenden Schmerz. Wir haben die moderate bis schwere Schmerzintensität. Und diese Verstärkung durch körperliche Aktivität, die auf jeden Fall nochmal mit dazugehört. Begleiterscheinungen als ein wichtiger Faktor, der mit dazugehört. Übelkeit und Erbrechen und das Thema Geräusch und Lichtempfindlichkeit. Und da eben nochmal abzugleichen, welche Form des Kopfschmerzes ist es denn letztendlich. Wenn wir uns insgesamt die Prävalenz anschauen, dann ist es hier aufgeführt in unterschiedlichen Altersstufen. Das finde ich immer nochmal ganz nett abgebildet. Ich weiß, es gab auch einige Fragen zu gerade auch Kindern und Jugendlichen, die viel mit Migräne auch wahrscheinlich dann auch diagnostiziert zu tun haben. Die Häufung sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist eher so im mittleren Lebensalter. Und wie gesagt, sie ist die häufigste Ursache für immer wiederkehrende mittelschwere bis schwere Kopfschmerzen. Und diese Einjahresprävalenz bei Frauen liegt, das sind Daten jetzt aus den USA, bei 18 Prozent. Wir hatten sie eben mit den knapp 15 Prozent und bei Männern bei 6 Prozent. Und am häufigsten, also die Häufung findet sich quasi im Bereich des mittleren Erwachsenenalters und es beginnt typischerweise eher nach der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter. Und genau, das an der Stelle dazu. Jetzt kam eine Frage rein. Jetzt gucke ich auch mal selbst rein. Achso, du guckst selbst rein. Also eine Seefeldeinschränkung, zum Beispiel durch Flimmern etc., hast du als Begleiterscheinung gerade gar nicht erwähnt. Ist das eher untypisch? Nee, eine Seefeldeinschränkung ist keines dieser typischen Kardinalssymptome und findet sich, wenn dann eher auch in einer bestimmten Phase, nicht in dieser Hauptkopfschmerzphase von 4 bis 72 Stunden, kann sein. Also wir haben hier extrem viele inter- und intraindividuelle Faktoren. Das heißt, jede Migräneattacke kann unterschiedlich ablaufen und für jeden selbst ist es auch nochmal unterschiedlich, kann ein Teil sein. Dann haben wir hier eher ein Hirnareal, was sich gerade eher im visuellen Kortex eben mit abspielt, wo wir vielleicht auch entzündliche Situationen mit dabei haben. Und es kommt typischerweise, typischerweise, mit in Anführungsstrichen, auch eher im Bereich Aura in dieser Phase noch davor als ein Thema mit dazu. Genau. Und dazu noch als einen wichtigen Punkt weiter, wenn wir es einteilen nochmal, Spannungskopfschmerz, auch das ist von dieser Befragung, dieser größeren Gruppe von 5000 Menschen, Spannungskopfschmerz. und die Kriterienerfüllung plus die Unterteilung nochmal in unterschiedliche Altersstufen mit hinein, sehen wir, dass Kopfschmerzen grundsätzlich ein häufiges Thema darstellen, aber eben auch gerade das Thema Migräne, wo wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass es vielleicht auch Migräne ist oder auch wirklich komplett die Kriterien erfüllt worden sind. Auf jeden Fall ein Thema, was enorm von einer volksgesundheitswissenschaftlichen Perspektive wichtig ist und ja auch viel erforscht wird, um das auch näher zu verstehen. Wir kommen nochmal zu den Symptomen und diese Sehstörungen. Das ist das, was ich, Katharina, was gerade eben der Punkt war, die sich mehr gerne im Bereich der Aura aufhalten, aber eben auch im Laufe dessen auftreten können, haben wir in der Hauptschmerzphase dieser 4 bis 72 Stunden typischerweise den einseitigen Schmerz. Und wir haben Themen rund um Müdigkeit, Erschöpfung, Übelkeit, Erbrechen, das hatte ich auch schon mit erwähnt. Und gerade dieses Thema Müdigkeit und Erschöpfung, die sich dann in der Phase danach eben auch nochmal mit ausweitet und diese Phasen der Migräne, jetzt haben wir über Aura schon gesprochen, über die haupteigentliche Zackenphase gesprochen und das ist extrem interessant. Wenn wir uns diesen Phasenverlauf eigentlich von einer Migräneattacke, und das stellt jetzt quasi diese rote Linie dar, wo die rote Linie und die Spitze und diese Kopfschmerzphase eigentlich so der Höhepunkt letztendlich dargestellt wird, haben wir aber trotzdem unterschiedliche Phasen. Es sind auch nochmal Prozentzahlen mit dabei. Ich hoffe, man eine Internetverbindung hält. Es sind auch nochmal prozentuale, also wie viele betreffen das letztendlich nochmal mit aufgeführt. Also dieses Thema der Aura betrifft nur ungefähr 30 Prozent der Betroffenen. Aber wir haben, und das führt uns mehr und mehr zu dem Punkt, dass jetzt Migräne nicht per se nur die blöde Kopfschmerzerkrankung ist, sondern davor und danach relativ viel passiert. Und wenn man sich das anschaut und wenn man in diese variable Zeit, nämlich letztendlich die Zeit zwischen zwei Episoden, sich das anschaut, also diese interrektale Phase vorher und nachher. Verzeihung, die interrektale Phase, die vorher und nachher mit, und unten ist nochmal mit aufgeführt, mit einer erhöhten Reizempfindlichkeit, mit einer erhöhten Wahrnehmung, einer erhöhten Affekten, mit einer erhöhten Kreativität, mit erhöhtem Denken, mit erhöhten Ängsten, Grübeln, Impulsivität. Man kann ja immer sich mal so seine Patientenbeispiele dafür heranführen, dass das eigentlich das Grundmuster ist, was wir vorher und nachher immer mit dabei haben. Und diese Phase, also zwischen den Kopfschmerzphasen, zeigen Migräne-Patienten aufgrund, und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, sehr vieler auch schon benannter und untersuchter genetischer Faktoren, dieses erhöhte Reaktionsvermögen auf sensorische, kognitive und emotionale Reize. Sie nehmen letztendlich alles um sich herum intensiver wahr und habituieren nicht gut auf wiederholende Reize. Heißt, gleicher Reiz, gleiche extreme, vielleicht auch stressende Wirkung. Das ist wichtig, um sich dessen, also viele der Patienten, die lange mit Migräne zu tun haben, kennen diese Punkte auch bereits. Und hier haben wir dann letztendlich auch einen wichtigen Punkt zur anhaltenden Nervensystemaktivität, die dann auch im Verlauf, auch ohne Episode, zu Müdigkeit, Schläfrigkeit, Reizbarkeit und anderen Symptomen sich auch schon mit im Verlauf mit äußern kann. Die Brotramalphase betrifft so ungefähr 80 Prozent der Patienten. Und hier kommt dieses wichtige Thema der sogenannten Triggerfaktoren mit dazu, die immer wieder aufgeführt werden, die ich auch mit aufführe, weil wir können sie nicht ganz außer Acht lassen, müssen aber dazu sagen, dass Triggerfaktoren nicht in der Gänze wissenschaftlich gut untersucht sind. Wahrscheinlich, weil es einfach zu viele individuelle Faktoren gibt, um da einen Konsens zu bilden. Aber was gehört mit dazu? Heißhungerattacken, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Genen, Schmerz, Missempfindung, erhöhte Reizbarkeit. Und hier kommen wir eigentlich aus dieser Phase schon der höheren Reizempfindlichkeit und des Ankommenden zu einem wichtigen Punkt, und gerade Heißhunger und Müdigkeit. Wir kommen nämlich an einen Punkt der Energieverteilungsfrage und Energiebereitstellung. Und Migräne ist vieles, weniger eine Erkrankung als zum Beispiel ein Thema der Energiebereitstellung und Verteilung insbesondere im Gehirn, wo Heißhunger gegebenenfalls ein Faktor sein kann, um eine im Vorfeld bedingte Reizüberflutung bei einer erhöhten Reizempfindlichkeit auszugleichen. Das sind alles noch Dinge, die im Vorfeld... Ich muss kurz eine Frage stellen, weil ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung, deswegen grätsche ich ja immer schnell rein. Heißhunger, Müdigkeit, Schläfrigkeit und Co. sind Triggerfaktoren, hast du gesagt. Das heißt, die... Entschuldigung, sag. So habe ich das jetzt verstanden, deswegen meine Frage. Also Triggerfaktoren können Migräne begünstigen und auslösen und das davor Reizempfindlichkeit, Reagibilität und so weiter habe ich jetzt so verstanden, dass das Begleiterscheinungen sein können. Das sind Begleiterscheinungen, aber das ist die Art und Weise, um es ganz runterzubrechen, simpel runterzubrechen, wie ein Migräne-Gehirn funktioniert. Und ich habe eine extrem hohe Reizwahrnehmung und du hast recht, ich habe es falsch formuliert, Heißhunger und Müdigkeit, Schläfrigkeit, Gen-Alemy sind nicht die Triggerfaktoren, aber es gibt hier jetzt gegebenenfalls noch mal extra Triggerfaktoren. Also Migräne-Gehirn sprechen dann gerne von ihren, es gibt bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Situationen. Ich weiß, eine Frage war in Richtung nach sehr intensiven körperlichen Belastungen, Crossfit wurde da beispielsweise mit genannt, dass immer danach Migräne, ich glaube sogar mit Aura auftritt. Und das ist letztendlich das, was ich meine. Das Gehirn funktioniert so in den Phasen, wo nichts stattfindet. Diese Pro-Traumal-Phase ist etwas, was vorgeschaltet ist, was man dann vielleicht in den Gewohnheiten kennt, wenn häufiger schon Episoden aufgetreten ist, dass man sagt, okay, Heißhunger, Müdigkeit kommt um. Das könnte vielleicht münden in die nächsten ein, zwei Phasen, die mit da reinkommen. Das ist dann eher Heißhunger, Müdigkeit, Schläfrigkeit, ist die Reaktion auf gegebenenfalls einen Triggerfaktor. Und die Triggerfaktoren, das wollte ich damit sagen, die sind nicht in der Gänze untersucht, dass man sagt, bestimmte Lebensmittel sorgen für das oder sorgen für einen Migräneanfall oder bestimmte Gerüche sorgen in jedem Fall dazu. Ich glaube, wenn wir es anders beforschen würden, wenn wir es in integrativen Einzelfallstudien und deutlich breiter in der Diagnose-Kriterien und so weiter das durchgehen würden, würde sich da sicherlich etwas finden, weil wir natürlich auch andere Stressmediatoren und Ähnliches mitmessen würden. Aber es gibt halt nicht so die Liste von Triggerfaktoren, auch wenn ich sie später, schon versprochen, noch einmal mit aufhöre, Alkohol, Nikotinkonsum und so weiter. Sie müssen es aber nicht unbedingt sein. So, das wollte ich damit sagen. Meistens kennen aber Patienten für sich genommen schon ihre persönlichen Trigger. Das muss jetzt nicht wissenschaftlich belegt sein, aber wo man sagt, ich lasse sie lieber weg oder ich habe das wieder getan und dann folgte Müdigkeit, Halshungerschlefrigkeit und so weiter. Diese Phase der Aura, die jetzt eben schon einmal mit erwähnt worden ist, die gerne im Bereich visuell, aber eben auch sensorisch-sprachlich motorisch bewusstseinsmindernd neuropsychologisch quasi auftreten kann. Die betrifft ungefähr 30 Prozent der Patienten oder der Menschen mit Migräne und hat eben eine Phase typischerweise von 5 bis 60 Minuten, was ein Punkt wäre, wo man frühzeitig vielleicht einsteigt. Aber wie einsteigt, heißt vor allen Dingen vielleicht auch mit medikamentöser Therapie. Jetzt müssen wir aber schauen, dass der Weg nach oben auch schon, dass man quasi auch schon auf dem Weg hier nach oben unterwegs ist. Und dementsprechend die Frage ist, kann ich jetzt mit präventiver Schmerzmedikation beispielsweise versuchen, das abzudämmen? Zeigt sich eher nicht. Eher bräuchte ich dann Medikamente, die ich schon vorher längerfristig eingenommen habe. So, und dann komme ich eigentlich in meine Kopfschmerzphase rein, 4 bis 72 Stunden. Die Symptome und Begleitsymptome haben wir einmal schon mit benannt. Und neben der Prodramalphase haben wir dann auch eben eine Ostromalphase. Und in dieser werden letztendlich, nehmen die Schmerzen ab. Aber das Thema Müdigkeit, auch Reizbarkeit sind ein großes Thema. Es hängt viel mit sich ausruhen, hinlegen, eine Form von Sickness Behavior, die einsetzt. Also sich wirklich zurückziehen, ausruhen, denken, Kognition, all das ist definitiv mit eingeschränkt. Und es geht zurück in die Ausgangssituation, die aber nochmal ein typisches Migräne-Gehirn ist, was sich auch noch natürlich mit, noch weiter mit verändern kann. Und diese auslösenden, nennen wir es mal mit auslösenden Faktoren, also Katharina, wo wir geradezu gesprochen haben, im Sinne von dieses Überschreiten so einer Schwelle, dass es dann passiert, das können dann viele schon mit, sehr gut mit beschreiben. Das kann sich, ich mache mal von unten nach oben, das Thema rund um, vielleicht auch eine gewisse Grundanspannung, Grundanspannung ein wichtiger Faktor mit sein. Hormoneller Einfluss gehört auf jeden Fall in die Liste mit dazu und auch die zyklusbedingten Migräne-Anfälle, wir sprechen hier aber auch wirklich von einer, also einer hormonell bedingten Migräne, das kann sein. Es kann aber auch vielleicht nur ein verstärkender Faktor sein, der das fast letztendlich zum Überlaufen bringen kann. Nicht, dass es immer nur ein hormonelles Thema sein muss. Wir sehen das typischerweise, ich sage es hier einmal auf der Tonspur, Richtung Ende des Zyklus und rund um die Menstruation, wo wir einen starken Abfall sowohl von Östrogen, aber eben auch von Progesteron haben, einen entzündlichen Prozess haben, der stattfindet und dementsprechend es ein weiterer Trigger sein könnte. Wir haben das Thema der unregelmäßigen Mahlzeitenfrequenzen. Da gibt es verschiedene Theorien, das eine bezieht sich mehr auf das Thema Energiehaushalt, das andere bezieht sich mehr, sprich, wenn ich unregelmäßig esse, ist mein Gehirn nicht ausreichend mit Energie versorgt. Wie wir wissen, neigen wir ja eher dazu, unser Gehirn immer und immer wieder mit vielen Mahlzeiten, mit zu viel Energie versorgen zu wollen, sodass es nicht gut verarbeitet werden kann. Da können wir später nochmal drauf schauen. Nichtsdestotrotz, Regelmäßigkeit ist ein wichtiger Punkt. Schlaf als beides, Nebensymptom, also Schlafstörung, aber eben auch zu wenig Schlaf, die als auslösender Faktor mit dazugehören. Reizintensive Situationen, das kann draußen sein, wenn man irgendwie unterwegs ist. Ängste und auch hier sich selbst, also die Angst vor der Migräne, aber eben auch andere Ängste und Aufregungen, die mit dazukommen, Hektik im Alltag und diese extreme Wechsel von an zu Entspannung, die gegebenenfalls ein weiterer auslösender Faktor sein kann. Wenn wir auf das Thema Migräne, akut versus chronisch, einmal nur, damit man es einmal letztendlich gehört hat, haben wir bei der, es gibt, jede Attacke ist logischerweise akut und deswegen müsste akut eigentlich ersetzt werden gegen episodisch und chronisch ist die episodische Migräne logischerweise auch, aber chronisch bezieht sich hier auf die Anfallshäufigkeit. Das heißt, wenn Patienten an 15 oder mehr Tagen in einem Monat Kopfschmerzen haben, wobei mindestens acht Tage Migräne-Symptome aufweisen, also die, die wir eben benannt haben, dann sprechen wir vom Punkt der Chronifizierung und dann chronifiziert es, aber nicht im Sinne von jetzt ist es erst chronisch und vorher war es nur in Anführungsstrichen episodisch, sondern Chronifizierung bedeutet eigentlich nur etwas oder sagt uns etwas über die Anfallshäufigkeit aus und die kann sich im Laufe des Lebens gut und gerne verändern. Das heißt, wir haben von der Schmerzintensität, aber eben vor allen Dingen im Kontext der, und das ist auch, was viele Patienten auch beschreiben, es geht auch der Weg wieder zurück, dass die, wenn wir hier erst mal über die Zeit erst mit einer niedrigen Episodenanzahl arbeiten, ich weiß gar nicht, sieht man meine Maus, die hier, mit einer niedrigen Episodenanzahl, dann eine höhere Frequenz der Episoden und die Chronifizierung, wie gesagt, die 15 innerhalb eines Monats, wovon 8 mindestens die Symptome von Migräne aufweisen müssen und in Verbindung steht hierbei auch weitere, also im Kontext dessen, wenn wir uns jetzt den zeitlichen Verlauf anschauen, je nachdem wie lange eine Episode verläuft mit anschließenden, Patienten sprechen auch immer mal gerne so von von Migräne, Kater, Tagen, die danach, wo man noch durchhängt, also vergeht sehr viel Zeit in dem Bereich und man kann es ja nicht ebenso auch nicht hundertprozentig sagen, was jetzt der eine Auslöser nur dabei ist, sondern es gehören verschiedene Faktoren mit dazu und es endet als neurologische Erkrankung auch nicht nur mit in Anführungsstrichen nur Schmerz und Sehstörung, sondern beinhaltet in dem Kontext gerne auch verschiedene Komorbiditäten, die damit in Verbindung stehen und die sind relativ breit und vielfältig. Das heißt, Komorbiditäten finden wir logischerweise rund um andere neurologische Erkrankungen, auch psychiatrische Erkrankungen, die mit einhergehen können, Depressionen, Angstzustände, Panikattacken. Wir haben gerade in dem Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen, weil wir, soviel schon mal vorweg gegriffen, in den Wirkmechanismen uns sehr auch im Bereich des Nervensystems, aber eben auch der Gefäße mitbewegen können. Wir haben verschiedene Erkrankungen im Bereich der Atemwege beispielsweise, Thema Schlaf und Schlafstörungen, die mit in Verbindung stehen und einen großen Teil rund um gastrointestinale Beschwerden, insbesondere Reizdarmsyndrom oder eben auch alles rund um Psydiakie und Gluten Überempfindlichkeit. Gibt es aber auch noch andere. Sprich, letztendlich haben wir in der Verbindung zwischen Migräne und anderen Erkrankungen, warum ist das so? Also auch hier haben wir gegebenenfalls eine sogenannte genetische Anfälligkeit, das heißt, einige Personen, die auch bestimmte Merkmale im Kontext der Migräne aufweisen, sorgt am Ende des Tages vielleicht auch in anderen Bereichen dafür, wenn ich, wie eben schon mal erwähnt habe, Migräne etwas nicht klassisch eine nur simpel zu beschreibende Erkrankung ist, sondern ein sehr komplexes Geflecht aus Energie, Fehlverteilung, dann kann man sich schnell vorstellen, wenn wir uns von dem neurologischen Kontext in dem psychiatrischen Kontext oder psychologischen Kontext bewegen, dass hier auch viel in dem Bereich mit stattfinden kann, die Schlafstörungen bedingen sich gegebenenfalls auch hier gegenseitig, Medikamente, die mit eingesetzt werden oder auch Lebensstilfaktoren, die im Alltagsleben mit anhaltenden häufigen Episoden oder chronischer Migräne mit einhergehen, die das Risiko auch wieder für andere Komorbiditäten mit erhöhen können. All das muss man mit berücksichtigen und wir finden, darum geht es letztendlich ganz häufig Verbindungen oder Komorbiditäten zu anderen Erkrankungen. Lasst uns bei den Wirkmechanismen jetzt einmal näher drauf schauen und auf das Wie, und ich habe es extra so geschrieben, das Wie, also letztendlich die Frage, die wir uns immer alle stellen, wie funktioniert das jetzt eigentlich, wie funktioniert jetzt so eine Migräne, was passiert, aber vor allen Dingen einen engen Blick auf das Warum legen, um eine ultimativere Antwort bieten zu können, als nur zu sagen, okay, was sind denn die Theorien zur Entstehung von Migräne und früher, das ist so der Ausgangspunkt, den ich je mal gewählt habe, dachte man Migräne, die entsteht letztendlich, weil Blutgefäße im Gehirn verkrampfen und sich danach sehr schnell wieder weiten und dadurch haben wir eine Dehnung im Bereich der Hirnhäute und das sorgt letztendlich dafür und deswegen war man in diesem Bereich irgendwie unterwegs und hat sich so gedacht, okay, da findet das statt und jetzt weiß man mittlerweile und es wird wie gesagt sehr viel Forschung bei den Migräne Attacken, aber eben auch in der Phase dazwischen darauf gelegt, dass wir hier eher von einer und jetzt ist es genau andersrum, in der Überaktivität von Nervenzellen insbesondere im Hirnstamm ausgehen und diese Überaktivität führt zur Freisetzung von Neurotransmittern oder oder auch anderen immunologischen Zytokinen die Blutgefäße dehnen, den Mechanismus haben wir auf jeden Fall mit dabei und wir wisst es, wenn man dann gedehnte und porösere Blutgefäße hat, dann kann das auch woanders hingehen, dann haben wir entzündliche Substanzen, die in dem Zuge mit freigesetzt werden, dann haben wir die Schwellung der Hirnhäute und eine Verursachung des Schmerzes, aber und das ist ein Teil davon, das heißt, wir haben entzündliche Prozesse, die eine wichtige Rolle mitspielen, wir haben die Schmerzwahrnehmung und wenn wir die runterbrechen auf verschiedene Peptide oder auch Neurotransmitter, dann müssen wir insbesondere auf den Serotonin, Neuradrenalin und den Calcitonin in Related Peptides Transmitter mit drauf schauen, dieses CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide, ist ein wichtiger Botenstoff, den wir, also es gibt mehrere wichtige Botenstoffe, aber ein wichtiger Botenstoff, wenn es über diese Schmerzsignal Übertragung geht und der Mechanismus kann sowohl peripher stattfinden als auch zentral. Die Besonderheit und da gucken wir gleich drauf, ist bei der Migräne eigentlich, dass es von zentral, also vom Hirnstamm ausgehend und von anderen Hirnregionen dazu führt, dass die Gefäße sich erweitern, pro entzündliche Botenstoffe ausgesendet werden und letztendlich es zu Schmerzwahrnehmung und den weiteren Symptomen kommt, je nachdem, welche Hirnareale vielleicht auch noch weiter mit betroffen sind. Und wir haben eher ein Thema von Energieverteilung und den Versuch, das quasi zu regulieren und da kommen wir in diesem Symptombereich im Kontext der Attacke mit dazu. Und wie gerade schon angesprochen, gibt es periphere Mechanismen und die gibt es bei anderen Kopfschmerzarten beispielsweise auch. Und wir haben eben, ich hatte diese Trigemino Neuropathien in einer Vielzahl schon angesprochen, aber das Trigemino vaskuläre System spielt eine ganz entscheidende Rolle, auch bei der Migräne. Und von peripher nach zentral ist relativ einfach, wenn man sich vorstellt, dass Nervenenden irgendeinen Reiz wahrnehmen und nach oben ans Gehirn senden, hier tut es weh, also habe ich irgendeine Form von Kopfschmerz und ihr wisst, dass Trigeminus Nerven die entscheidende Rolle für alle Schmerzwahrnehmungsprozesse im Gesichtsbereich mitspielen. Und der entscheidende Unterschied zwischen peripher und zentral, es gibt wie gesagt zwar schon auch Triggermechanismen von peripher, aber die zentralen Mechanismen mit der Gefäßerweiterung kommen also wirklich von Hirnstamm, von einem Gehirn, das jetzt eigentlich versucht, ein Problem erst mal zu lösen. Und dieses Trigeminovaskuläre System, das seht ihr hier und auf der linken Seite, also hier, ist es einmal dargestellt, wenn vom Nerv selbst, das ist eine vereinfachte Darstellung, zu sekundären Kopfschmerzstörungen oder Symptomen oder Ähnlichem mitführt. Und bei der Migräne ist es eben andersrum, kommend vom Hirnstamm und mit den eben erwähnten Prozessen der Gefäßdilatation, den entzündlichen Prozessen, den proentzündlichen Botenstoffen und den Schmerzmediatoren, die mit ausgeschüttet werden, aktiviert es Teile dieses Trigeminovaskulären Systems, typischerweise einseitig und so entstehen quasi mit die Schmerzen typischerweise in dem einseitigen Bereich und das Ganze endet dann, wie gesagt, nicht nur mit der einen Aktivität, wir haben dann natürlich massive Anstieg und Veränderung und Konzentration von Kalium-Ionen, die ausströmen von Stickstoffmonoxid, von Glutamat und das sorgt letztendlich für eine weitere Ausbreitung des Symptomatis der Schmerzsituation und der sensorischen Wahrnehmung und das Ganze kostet auch nochmal sehr viel Energie und wir haben eher tendenziell quasi eine Form der eines Regulationsmechanismus und wie gesagt, wir sind noch beim Wie, also was, wie und warum, das Wie und was passiert, wissen noch nicht genau warum das dann passiert, aber wir haben auf jeden Fall eine Vielzahl von Hirnregionen, die eine entscheidende Rolle bei dem, bei diesem entzündlichen Energieverteilungsprozess sorgen können. Und jetzt habe ich eben gesagt, dass das Gehirn schon im Ursprung und zwar in der Phase, wo gar keine Symptome sind, also eigentlich immer in zwischen zwei Episoden, das Gehirn schon ein Migräne-Gehirn ist und das nochmal, das kann sich im Verlauf auch nochmal weiter verändern. Hier nochmal, bevor ich dazu komme, Entschuldigung, dieser periphere und zentrale Mechanismus, peripher, bezogen auf, wenn wir diesen Trigeminus-Nerv und die Enden eben sehen, wir haben den notizeptiven Prozess, wir haben die Vasodilatation, wir haben dieses CGRP, also Calcitonin Gene-Related Peptide, was für diese Schmerzübertragung mitverantwortlich ist in dem peripheren Bereich und eine Aktivierung von Glia-Zellen, die mit dazuführen, wir sprechen hier von neuroinflammatorischen Prozessen, die rund um den Nerv eben mit stattfinden und im Verlauf und auch in der Häufigkeit des auftretenden Attacken und der Episoden verändern sich spezifisch auch unterschiedliche Hirnareale und es gibt eine Vielzahl, die damit in Verbindung stehen. Wichtig ist nur, wir beginnen bei der Migräne von zentral nach peripher. Das trigeminovaskuläre System spielt eine entscheidende Rolle in der Schmerzwahrnehmung und wir sehen dann wirklich Veränderungen in bestimmten Hirnarealen in der Anzahl an Neuronen, die sich bilden, an weißer Substanz, die sich teilweise zurückbildet, dementsprechend Übertragungen anders stattfinden und so weiter und so fort. Und jetzt zu dem Punkt, dass ein Migräne-Gehirn etwas anders funktioniert. Immer noch zum Wie. Also im Normalfall und bitte lasst euch nicht, ich habe das aus dem Paper rausgezogen, nicht von den Begrifflichkeiten von Normal versus Abnormal gefällt mir persönlich nicht so gut, ich habe es jetzt nur so übernommen, aber im Regelfall sieht es so aus, dass wir immer einen adaptiven Prozess in die Allostase zurückhalten. Wir wollen den homöostatischen Ausgleich erzeugen und was hieße das letztendlich, dass mein Gehirn adäquat auf einen Reiz reagieren kann und dementsprechend sich Energie nimmt, die sie braucht. Wir gehen jetzt hier eher im Bereich der Selfish Brain Theory, das heißt wir haben einen sensorisch wahrgenommenen Stressor, den versuchen wir zu bekämpfen und diese Pertubation und diese Ausgleichen dieses Energie Ungleichgewichtes darum geht es dann eigentlich und das macht das Gehirn grundsätzlich und logischerweise können diese Stressoren unterschiedlich auch individuell nochmal sich darstellen. Also wie kann ich mit Stress umgehen, wie kann ich, wie findet meine Energieverteilung im Gehirn statt, genetische Faktoren und logischerweise auch für das normale Gehirn Faktoren wie Schlaf und Schmerz, hormonelle Disregulation, auch andere Entzündungsprozesse, die das natürlich mit regulieren können und wir reden wie gesagt erstmal noch vom Gehirn selbst, wir reden nicht von der Migräne Attacke und das Migräne Gehirn, was keine nicht wirklich abnormale Struktur ist, aber eine etwas andere Struktur und wesentliche Dinge auch zeigt, erstmal einen großen Pool an Genen und Genvarianten, die mit Migräne involviert sind, eine große Anzahl von Menschen, die das Ganze betrifft und natürlich kommen die gleichen Stressoren, Faktoren, vielleicht aber auch schon bestehende Komorbiditäten, Medikationen und so weiter mit dazu und wir haben wirklich strukturelle Veränderungen, die sich im Gehirn letztendlich mitzeigen lassen, aber das Migräne Gehirn an sich noch bevor immer wieder die Episoden kommen, wenn wir das aus einer evolutionären Perspektive betrachten und darum geht es letztendlich, dann sehen wir das, das sagt uns noch nicht so viel aus, aber ich versuche es mal in einfachen Worten zusammenzufassen, ansonsten habe ich das Paper auch noch mal mit verlinkt, wo tiefer noch mal drauf eingegangen worden ist, dass ein Migräne Gehirn oder Menschen mit Migräne oder Migränika oder wie man es auch immer nennen mag, in dieser Phase vor einer überhaupt irgendein Symptom auftreten kann, Menschen sind, die ein sehr empfindliches Nervensystem haben und sehr intensiv Dinge aus ihrer Umgebung wahrnehmen können und dementsprechend Gefahren und bestimmte Herausforderungen und ähnliches besser und früher erkennen zu können und was die in diesem Paper mit versucht haben mit der Spieltheorie und ähnlichem mit berechnet. Darauf müssen wir gar nicht im Detail eingehen, sondern der entscheidende Punkt, wir haben die M, also die Migräniker und die Nicht-Migräniker und die Vorstellung, eine Person mit einem Migräniker Gehirn mit einer hohen Reizwahrnehmung mit hoher Kreativität und ähnlichem geht mit einer anderen Person eine soziale Beziehung ein, indem sie sagt, ey, ganz simpel gesprochen, da drüben ist gerade ein Raubtier, das hast du noch gar nicht gesehen, ich habe es aber schon vor drei Kilometer gerochen gegen den Wind. Und diese extrem hohe Wahrnehmung nutzt der Migräniker und koppelt sich an Menschen, die im besten Falle in eine reziproken Altruismus eintreten. Reziproker Altruismus bedeutet dann letztendlich, irgendwann hätte ich das gerne wieder von dir zurück. Ich weite das deshalb ein bisschen aus, weil wenn ihr euch eure Patienten rund um Migräne Symptomatik anschaut, unabhängig davon, dass alle ihre Kopfschmerzen weg haben möchten. Aber wenn man etwas tiefer nachfragt, wie sie sich verhalten, wie Beziehungssituationen ablaufen, wie aufopferungsvoll man gegebenenfalls ist und wie reizüberflutet man ist und vielleicht auch enttäuscht, wenn es dann nicht dazu kommt, weil für die Fitness und die Überlebensfähigkeit ist der Startpunkt, der Hinweis und natürlich ist für die Person, die es hätte nicht entdecken können, das Raubtier nicht riechen können, sehr wahrscheinlich gestorben. Also für die eigene Fitness ist es deutlich besser, aber der Wunsch nach einer Unterstützung in welcher Form dann auch immer, die passend ist, die findet eventuell, sollte dann irgendwann an einem anderen späteren Zeitpunkt quasi nochmal mit stattfinden, tut sie aber gegebenenfalls und gerade in der heutigen Zeit dann auch manchmal nicht. Und wenn das die Grundvoraussetzung einer Person ist, die an Migräne leidet, dann hat sie ein Grundverständnis oder eine Grund andere Form der Wahrnehmung. Und so erklären sich auch bestimmte andere Komorbiditäten rund um alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat und mit Schmerz und Schmerz empfinden, ich nehme dann immer gerne Patienten, die Phybromöagie haben. Ebenfalls Menschen, die hoch sensibel sind in der Wahrnehmung, teilweise auch Sinnesreize über das eigentliche Sinnesorgan wahrnehmen können. Und jetzt kommt aber, und das, was ich in der Folie vorher gezeigt hatte, kommt ein solches Gehirn trotzdem in eine allostatische Situation und möchte das ja gerne wieder in Ausgleich bringen, aber so ganz funktioniert das nicht. Und das heißt, wenn wir hier noch bei dem Thema Wahrnehmung und Lösung und gemeinsam das durchzuführen, jetzt packen wir die anderen Triggerfaktoren, nehmen wir sie mit dazu oder ähnliches mit rein, dann kommt es bei der Schmerzsituation und zu dem, was jetzt als nächstes passiert, zu folgendem. Wir haben eigentlich den Versuch, diese extreme Energie, die ich aufgebracht habe, um etwas frühzeitig wahrnehmen zu können. Man kann es nicht beeinflussen, es ist einfach so, das Gehirn möchte sich wieder in einen energetischen Ausgleich bringen. Das funktioniert nicht so gut. Und die Folge ist, dass wir die entzündlichen Prozesse haben, als einen Faktor, die Energiemangelsituation im Gehirn, in den Neuronen haben, die am Ende dazu führt, dass symptomatisch Schmerz und Sehstörungen und andere Symptome, Übelkeit, Erbrechen mit auftreten. Wir haben eigentlich die Migräne selbst als Versuch zurückzukommen in eine Ausgangssituation. Und als dieser Mechanismus ist per se erstmal keine Erkrankung, weil das, was hier passiert, wenn wir es auch mit anderen Kopfschmerzen sehen, oder auch dieses relative Kardinalsymptom der Schmerzen, die zunehmen unter Bewegung, dann haben wir bei anderen, bei Cluster-Kopfschmerz beispielsweise, Schmerz, der in einem Schmerz, vor dem man fliehen kann. Wir haben andere Nervenfasern, die eine wichtige Rolle in dem Kontext spielen, Adelta-Fasern beispielsweise, eher von der Haut kommen. Wir haben die Verarbeitung nach oben, keine Frage, über das periaqueduktale Höhlengrau und den Hypothalamus und wir haben dann eigentlich eine sympathische Reaktion, Flight-Fight-Reaction und bei den Migränikern haben wir eben das nicht, wir haben andere Nervenfasern, wir haben andere Bereiche, in dem Falle des periaqueduktalen Höhlengraus und wir haben eigentlich ein komplettes runterfahren des Systems, eine entzündliche Situation und Sickness-Behaviour, die mit eintritt, Ruhe, hinlegen, soziale Isolation, nicht viel denken können, Abschottung und das macht in einem evolutionären Kontext noch Sinn und als Mismatch in die heutige Zeit funktioniert das nicht so gut. Es ist aber wichtig, dieses Thema aufzugreifen und zu erklären, weil wenn wir immer nur über das Problem sprechen, nämlich zu sagen, wie stark sind die Schmerzen heute oder wie stark waren sie beim letzten Mal? Skalieren wir das Ganze mal auf einer Skala von 0 bis 10? Welche Begleitsymptome waren es? Dann bewegt sich alles sehr um ein Symptomkomplex, der aber im Verständnis deutlich mehr ist und auch die Gehirnfunktion einfach ein, das Gehirn etwas anders tickt und etwas anders funktioniert. So, ich gucke einmal, es kamen Fragen rein. So, jetzt warst du fast. Ja, sag gerne, lies du vor. Okay, also das Stichwort anhaltende Nervensystemaktivität oder hochsensible Wahrnehmung, ob es Untersuchungen dazu gibt, dass Zusammenhänge bei Migrädepatienten und ADS beziehungsweise ADHS-Diagnosen vorliegen. Sprich, kann es sein, dass solche Patienten häufiger Migräne haben, kriegen? Ja, nee, weil, glaube ich, also, ich sage jetzt im ersten Step nein, müsste selbst dafür nochmal der Frage genauer nachgehen, aber wenn ich im Mechanismus des ADHS-Gehirns bin, haben wir einen anderen, dann sind wir vor allen Dingen mehr im dopaminären System unterwegs und wir haben andere Mechanismen, die in eine entscheidende Rolle und auch andere Hirnregionen mit einhergehen. So, das heißt, meine erste Vermutung wäre nein, müsste ich auch nochmal nachschauen, ob es da in häufigeren Zusammenhang, ich bin aber zumindest nicht darüber gestolpert und im Zusammenhang zwischen ADHS und Migräne, ADHS als wirklich auch hier, das können wir ähnlich machen, das ist einfach nur ein anders arbeitendes Gehirn, was in die heutige Zeit nicht gut reinpasst. Wenn wir das eher hier bei Kindern haben, muss Migräne nicht unbedingt eine Rolle dabei spielen und ich habe auch jetzt keine Zahlen quasi dazu Griff bereitet. so, aber diese Form der, der, dieser nennen wir es Hyperaktivität, erhöhten Sinneswahrnehmung, die sehr energiereich ist, die mit Entzündung einhergeht in dem Regulationsmechanismus, das ist Migräne und nicht eine für sich genommen böse Erkrankung, die schicksalhaft irgendwie aufgetreten ist, sondern ein Gehirn, das so funktioniert und nicht nur bei 1, 2, 3 Leuten, sondern bei bekanntermaßen, die Zahlen nochmal der Prävalenz aufgegriffen, 15% der Frauen und 6% der Männer und von daher müssen wir uns das, das nehmen wir schon mal mit in die Liste, was können wir therapeutisch noch machen, sollten wir auf dieses Thema auf jeden Fall nochmal drauf schauen und mit unseren Patienten auch dieses Thema ansprechen und genauer betrachten. Nichtsdestotrotz und wir bleiben in den Wirkmechanismen und dem Kontext Komorbidität müssen wir auch hier über die Darm-Hirnachse oder Darmmikrobiom-Hirnachse sprechen und was relativ naheliegend ist und wenn ich mir meine, ich bin heute nochmal so Patientenprotokolle durchgegangen, was haben wir so gemacht und wo sind eigentlich die Zusammenschnitte, ich gebe euch das nachher auch nochmal mit, aber ein zentrales Thema ist immer wieder, wenn nicht schon symptomatisch auftretend, immer wieder das Thema Darm und auch Darmregeneration, funktionelle Störungen des gastrointestinalen Trakts, also wir wissen, wir haben verschiedene sekretorische Aufgaben, die mit dazugehören, wir haben sensorische Aufgaben, die mit dazugehören und ich beschreibe es immer gerne auch als ein Disconnect, den habe ich ganz häufig gefunden, ein Disconnect zwischen was passiert hier oben und was passiert irgendwie im Verdauungstrakt. Symptomatisch kommt man eher mit aufgebläht fühlen, Durchfall, Verstopfung, irgendwas in die Richtung, was sich eher im Kontext des Reizdarmsyndroms befindet, aber wir wissen natürlich, dass wir in beide Richtungen eine Beeinflussbarkeit haben und den Darm und die Darmregeneration, das muss jetzt nicht alles immer in Form von Darmsanierung oder Reset stattfinden, nur um ein insbesondere Thema der Vargus-Stimulation an der Stelle schon mal mit aufzugreifen, das enterische Nervensystem mitzuregulieren und auch gute Untersuchungen, die ist also relativ gute Untersuchungen rund um den Einsatz von Probiotika und Häufigkeit von 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 Episoden, also Episodenhäufigkeit und Intensität, die mit eine Rolle spielen. Ist das definitiv ein Faktor, den wir uns mit anschauen müssen und auch andersrum, wenn ich ein Gehirn habe, das hypersensibel ist oder hochsensitiv ist und Dinge sehr stark wahrnimmt und wie hatten wir eben gesagt, die gleichen Reize habituieren nicht, also ich quasi einen Non-Habituator habe, gleiche wiederkehrende Stressreize immer wieder zur Ausschüttung von Stresshormonen führen und dementsprechend natürlich einen Impact auf Darm, Darmwand und Darm-Mikrobiom haben, zu Entzündungssituationen führen, die dann wiederum auch zu, auch das hier wieder kommen von Peripher, aber schon auftretende einer Form des Triggers quasi sein könnten, proentzündliche Zytokine, Stimulation der Notizeptiven Response dieses Trigeminus Pathways und dementsprechend das Einsetzen gegebenenfalls einer Migräne. Und auch hier, die Trigger sind ebenfalls, wie in dem Fass, was ich eben gezeigt habe, eher etwas, was sukzessive zusammenkommt und es kann dann vielleicht der eine Trigger sein, der es zum Überlaufen gebracht hat, aber natürlich bewegen wir uns hier in vielen Bereichen, die wir mit aufgreifen müssen, wenn wir uns was hier genau anschauen, nämlich andere proentzündliche Quellen, aber auch hier Energiemissverteilung und nochmal ein Migränecker Gehirn, das gerne auf Stress immer wieder hoch reagiert, möchte sich dann am Ende gerne auch wieder ausgleichen. Deswegen sind diese großen Phasen von extremer Anspannung und Entspannung, gerade dieser Wechsel, ein Thema, was man mit berücksichtigen muss und was, wie gesagt, bei einigen ein Auslöser mit dabei sein kann. Und um den Kreis nochmal zu schließen, dieses Thema der Komorbiditäten, die häufig auftreten bei Migräne und ich habe eben schon so ein paar Gründe genannt, die naheliegend sind, also Hirnregionen, die sich verändern und Hirnstoffwechsel und Energiestoffwechsel, der sich verändert, im Gehirn führt wahrscheinlich auch zu anderen gegebenenfalls neurologischen Erkrankungen, psychiatrischen Erkrankungen, aber und hier haben wir wieder unseren Zusammenhang nicht nur zur Darm-Hirnachse zwischen Migräne und dem Darm- und dem Darm-Mikrobiom, sondern eben bekanntermaßen auch Korrelationen zu anderen nicht übertragbaren chronischen Krankheiten, NCDs und hier unsere typischen mit aufgeführt und es geht auch hier bidirektional in beide Richtungen, die das quasi mit begünstigen können und ein Schlüsselelement ist und bleibt der Darm und das Thema Darmregeneration und Aufbau einer gesunden Darmflora. Es gibt eine neue Frage, Matthias. Die ist super. So, also bringt uns das Problem der fehlenden Energiebereitstellung im Gehirn zur Mitroschontion-Pathie. Ja. Synthese oder fehlende Mikronährstoffe in der Atmungskette der Mitroschontrien. Michael, zu der Frage komme ich gleich. Ute, ja, ob Mytochontriopathien wäre ehrlicherweise auch nochmal etwas, wo ich nochmal in der Tiefe, wenn man manchmal nochmal so ein paar Keywords in die Richtung mit aufgreift, aber ja, ob es jetzt eine Mytochontriopathie ist, also auch hier, auch in dem Genmaterial der Mytochontrien stecken viele Migräne, Gene drin, die oder die Migräne in Verbindung stehen und genau das, dieser Mangel an Energie oder der erhöhte Energieverbrauch, man kann beides sehen, aber am Ende des Tages erstmal irgendwie ein Energiemangel im Gehirn, wie gesagt, im Vorfeld ausgelöst, ist ein wichtiger Faktor, weshalb eine auch leitlinienkonforme, ich habe sie natürlich noch mal ein bisschen noch an ein paar Stellen mit erweitert, aber eine leitlinienkonforme, Mikronährstoffsupplementierung präventiv sich im Bereich der Mikronährstoffe abspielen, die für die ATP-Synthese unerlässig sind und oder auch für die Funktionsweise von ATP unerlässig sind und von daher ist das definitiv ein wichtiger Faktor, den ich, habe ich auch häufiger als im Protokoll mit aufgeführt, das präventiv mit anzusetzen. Michael fragt, Matthias, hast du viele, viele in Anführungsstrichen vegane Patienten mit Migräne? Ich müsste, nee, kann ich aus dem Kopf nicht sagen, ich würde aber behaupten, nicht über die Maßen viel, also nicht, dass sich das mehr im veganen Spektrum mit abspielt, wenngleich, wenn wir auf die Ernährung schauen, gleich noch mal, wir definitiv ein paar im Mikronährstoffbereich, aber eben auch Ernährungskomponenten finden, die bei einer schlecht durchgeführten veganen Ernährung sicherlich mit auch wieder ein Risikofaktor sein könnten, aber noch mal, es fängt eher schon vorher mit an. Diese bidirektionale Komorbidität, also in beide Richtungen, wir haben jetzt gesagt, wir haben eine biologische, quasi biologische Grundlage, über die wir letztendlich sprechen, hatte ich gerade schon gesagt, genetische Veranlagung, und ich neige ja eigentlich dazu, das nicht so in den Vordergrund zu rücken, hier passt es aber wirklich sehr gut davor, das heißt sowohl in den Zellkernen drin, wie auch in den Mitochondrien, die quasi am Ende das Gehirn leichter auf Reiz reagieren lassen und dementsprechend auch eine Verbindung zu anderen Erkrankungen mit entstehen kann. Nichtsdestotrotz muss jetzt nicht nur dieser Weg gegeben sein, also das ist hier noch mal zu unterstreichen, das könnten, wie eben auch schon erwähnt, andere Faktoren sein, wenn das eine kommt, haben wir andere Lebensstilfaktoren, die vielleicht mit dazukommen, die dann noch mal die Schlafstörungen mit erhöhen oder das metabolische Syndrom mit erhöhen und ähnliches mit dazunehmen. Ich mache noch mal Ich habe noch eine Frage für dich, Matthias. Ja, unbedingt. Warum kommt es denn meistens zu einer einseitigen Symptomatik? Ist die Bluthirnschranke ein Teil von dem Phänomen oder was ist deine Meinung dazu? Genau, einseitiges Phänomen ist, also es gibt die psychosomatische Antwort, da komme ich später noch mal zu, dass es wirklich einseitig ist, lässt sich wirklich eher an den Nervenstrukturen des Trigeminus, also das wäre jetzt meine Wie-Antwort, dass dieser Bereich, also dieses Trigeminovaskuläre System hauptsächlich mit betroffen ist und deswegen diese typische Einseitigkeit entsteht. Ich kann aber auch sagen, dass es Migräneformen gibt, wenn man dann tiefer einsteigt, findet man ja noch ein paar andere Dinge, die sich auch komplett ohne Schmerz abspielen. Also ein migräniger Gehirn mit bestimmten Reizüberflutungen und vielleicht dann auch von Katharina eben schon erwähnten Sehstörungen, visuellen Störungen, Missempfindungen und Ähnlichem, die sich gar nicht unbedingt im Schmerzbereich abspielen. Es kann auch anders sein. Du hast eher in dem Bereich die Häufung, das ist typischerweise und typischerweise heißt, es muss irgendwie bei einer gewissen großen Gruppe in der Häufung, wenn wir über diese hier jetzt wieder Erkrankung sprechen, dann auch dementsprechend auftreten. Und Blut-Hirn-Schranke ist ein gutes Stichwort in Richtung, also von zentral nach peripher, wenn die Symptome quasi mit auftreten, überwindet es das quasi, beziehungsweise ist auch noch darin vorhanden. Also wenn wir den Trigeminus nehmen, würde er ja noch mit zum zentralen Nervensystem gehören. Wir haben die entzündlichen Prozesse und wenn wir entzündliche Prozesse haben, die dann in bestimmten Bereichen lokalisiert sind und wie gesagt, könnten auch noch andere Hirnbereiche sein, die nicht unbedingt nur was mit Schmerz zu tun haben, dann haben wir auf jeden Fall auch eine Beeinflussung der Blut-Hirn-Schranke und andersrum, das passt zu den Komorbiditäten ganz gut, wenn wir von peripher irgendwie immer und immer wieder mit chronischer Entzündung und vielen Zytokinen, die lokal entstehen, beispielsweise im Darm, zirkulierend haben und zur Blut-Hirn-Schranke kommen, werden sie dort auch die Blut-Hirn-Schranke aktivieren und dann haben wir eher wieder auf der anderen Ebene eine beginnende Neuroinflammation, die definitiv nicht förderlich ist in dem Kontext. Genau, so das heißt zusammengefasst, wenn wir diese nochmal so eine biopsychosoziale Betrachtung heranziehen, dann haben wir die biologischen Faktoren, die jetzt hier mit ein paar Bildchen nochmal zusammen, sagen, wir haben die Genetik auf einen wichtigen Faktor mit dabei, wir haben bestimmte Medikamente, auch das paradoxerweise kann bei häufigen Episoden und immer wieder Einnahme der Medikamente gegebenenfalls die Symptome sogar noch mit verstärkt werden. Wir haben das Thema der Komorbiditäten, die mit dazugehören und dementsprechend sich bedingende Faktoren, das heißt auch, wir sollten das nicht außer Acht lassen, wir sollten die gleichen Wirkmechanismen mit berücksichtigen und über welche haben wir gesprochen? Wir reden über Energieverteilungsstörung und Energiemangel, wir reden über chronische Entzündungen und wir reden über Entzündungsprozesse und die sind eben nicht nur begrenzt auf einen lokalen Bereich, explizit nur im Gehirn, sondern können eben auch von anderen Stellen, anderen Organen, typischerweise des Darms mitbeginn. Wir haben psychologische Faktoren, das heißt Stimmung, aber eben auch diese Persönlichkeitsstruktur, die ein wichtiger Faktor dabei ist und ehrlicherweise auch und hier lohnt es sich sicherlich nochmal mit Patienten, wenn man welche im Kopf hat, das auch nochmal entweder nochmal die Unterlagen durchzugehen oder auch nochmal diese Themen anzusprechen, wie häufig vielleicht der reziproke Altruismus schon nicht funktioniert hat, wie häufig der Versuch war, allen gerecht zu werden, aber irgendwie das nicht unter einen Hut zu bekommen und wir haben soziale und Lebensstilfaktoren, die mit dazugehören, Schlaf als eine wichtige Rolle, das ist übrigens eine typische Komorbidität auch in Richtung Rheumatoide Arthritis oder Fypromyalgie oder irgendetwas aus dem rheumatischen Formenkreis, wir haben die entzündungs- und chronische Entzündungskomponente mit dabei, wir haben bei Fypromyalgie als, wenn wir es Weichteilräumer nennen wollen, auf jeden Fall auch hier sehr enge Verbindungen, was Wahrnehmungsthemen angeht und hier vor allen Dingen auch vielleicht ein Biorhythmus, der komplett aus der Bahn geworfen ist, weswegen ich sagen würde, hier ist ein wichtiger Punkt, wo ich auf jeden Fall auch als Intervention mit einsteigen würde. Arbeits, Entschuldigung, Arbeitsfaktoren, hier wollte ich hin, Arbeitsbelastungssituation und wenn wir es im Kontext einer Spirale betrachten, auch negative Auswirkungen, das heißt, es gibt größere Untersuchungen, die habe ich eben euch etwas vorenthalten, ich glaube, es waren um die, ich kann es gerne nochmal nachreichen, 13.000 Teilnehmer, die auch befragt worden sind, die in unterschiedlichen Lebensbereichen Einschränkungen durch Kopfschmerzen, aber insbesondere Migräne auch mit zeigen, also Aare, die sich aufgrund der Migräne attacken und Episodenhäufigkeit häufiger streiten, Patienten, die die einen Kinderwunsch aufschieben, das gehört nochmal als Punkt mit dazu, Arbeit, die nicht mehr gut stattfinden kann und so weiter und oder eben nur eingeschränkt stattfinden kann oder bei einer extrem hohen Episodenhäufigkeit auch die Arbeit gar nicht mehr wahrgenommen werden kann und dann auch die Frage ist, wo steige ich als nächstes mit ein. Das habe ich erwähnt und gehe jetzt einmal zusammenfassend nochmal dazu, also wir haben Migräne und das wäre so eine Key Message für mich und ehrlicherweise auch nochmal in der Ausarbeitung nochmal mit dabei gewesen, Migräne ist per se keine Erkrankung, es ist, wir haben, wir sehen eine erstaunliche Verbreitung von Migräne und wir haben diese genetischen Hintergründe und das steht einfach im Gegensatz zur Definition, was Krankheit dann letztendlich bedeuten würde. Wir haben letztendlich eine Räufung und Menschen mit Migräne haben zwischen den Anfällen eine erhöhte kortikale Übererregbarkeit, eine geringe sympathische Hyperaktivität, das ist auch wichtig und einen Stoffwechsel, Disregulation, die zum Ungleichgewicht des Energiehaushaltes im Gehirn führt und dann haben wir immer, sind wir in der Phase, wo noch nichts ist und dann haben wir die eigentlichen Migräne, Anfälle oder Attacken, ist dann letztendlich die Verhaltensreaktion auf die Störung im Hirnstoffwechsel, um in die Homöostase zurückzukommen und die Schmerzen sind das klinische Merkmal. Und dann ist eigentlich dieser Versuch dahin zurückzukommen der entscheidende Punkt und die Therapie im besten Falle nicht nur ein Hemmen von oder ein Wegnehmen von, sondern mit diesem Wissen ein biopsychosoziales Umfeld zu schaffen, in dem es möglich ist zu leben. Wir haben einen evolutionären Vorteil in der Wachsamkeit, aber Energie, es kostet Energie und es führt zum Energiemangel und das Gehirn gelangt eben nicht so gut aus diesem Bereich zurück. Wir haben das Thema Entzündung, eine Vielzahl von Komorbiditäten und insbesondere das Thema Darm sollten wir in dem Kontext betrachten und ich unterstreiche jetzt auch nochmal, dass wir, dass ich das, was ich jetzt gerade gesagt habe und dass Migräne keine Krankheit ist, nicht darum geht, das zu mindern, in der, also euch brauche ich das nicht zu erzählen, aber in der Wichtigkeit und der Beschwerden, die auf jeden Fall stattfinden. Aber es lohnt sich, den Blickwinkel definitiv einmal zu verändern und es bezieht sich insbesondere nur auf die episodischen, also da, wo wir die Grenze zu chronischen ziehen. Das heißt, wenn wir über 15 Attacken in 30 Tagen sprechen, mit der Zeit dazwischen ist es eigentlich durchgehend und da sind wir dann wahrscheinlich eher wirklich in der Pathologie, wobei man auch hier sagen muss, auch hier würdet ihr ja wahrscheinlich genau an den gleichen Punkten mit ansetzen, Entzündungsregulation, Komorbiditäten mit berücksichtigen und etwas für den Energiestoffwechsel tun. Führt mich zu dem Punkt, Diagnostik und Therapie, um ein paar Eckpunkte nochmal zu sagen. Ich habe ganz viel auch rausgesucht gehabt, so die, welche Kriterien und hin und her. Ich mache das einmal kurz, weil ehrlicherweise mit der Betrachtung, die ich euch jetzt gerade versucht habe mitzugeben, verändert sich das etwas. Also wir können uns jetzt die Standarddefinitionen, schauen wir uns auch nochmal an. Ich habe das eben schon mal genannt, so die Diagnose-Kriterien, mindestens fünf Attacken im Laufe des Lebens mal gehabt zu haben und dann Kriterien von B bis D muss quasi mit erfüllt werden. Das heißt, die Kopfschmerz Dauer, vier bis 72 Stunden, mindestens zwei dieser folgenden Symptome, also halbseitiger Schmerz, pulsierender Charakter, mäßig schwerer Schmerz, Schmerz verstärkt sich durch körperliche Bewegung, mindestens zwei davon und während der Attacke eben Begleitsymptome, wäre typisch und dann kann man nochmal nach Ausschlusskriterien schauen zu anderen Kopfschmerzarten, ob sich da nochmal irgendetwas verändert und das ist letztendlich, wo man erstmal nach schauen würde und ja, wie gesagt, hohe Dunkelziffer, vielleicht braucht es auch manchmal erst die Diagnose und dann den nächsten Schritt zu gehen, um klarer zu werden, was bedeutet es. Weil wenn wir uns in der Diagnostik alles weitere anschauen, es gibt so Schnelltestungen, die habe ich nochmal mit aufgeführt, also wenn ich mal kurz mal so eine Einschätzung haben möchte, liegt eine Migräne vor, ja oder nein, stelle ich diese drei Fragen, wurde in ihrer Aktivität während der vergangenen drei Monate über einen Tag lang oder länger durch Kopfschmerzen eingeschränkt? Erste Frage, zweite Frage, leiden Sie während Ihrer Kopfschmerzen an Übelkeit oder Brechen? Dritte, stört Sie Licht, wenn Sie an Kopfschmerzen leiden? So, das ist also diese Schnelleinschätzung und ich kann natürlich weitergehend über neurologische Untersuchungen, das heißt einen Neurostatus mit erheben, bildgebende Verfahren, die vielleicht mit eingesetzt werden, Dumballpunktionen, wenn man andere, auch entzündliche Prozesse mit ausschließen möchte. So, das ist das, was man typischerweise tut und dann stellen wir uns mal vor, wir beantworten jetzt zwei dieser drei Fragen mit Ja, dann geht es häufig weiter. Fokus auf die Symptome, nicht auf die Ursachen und wir würden das typischerweise machen, nämlich ein Migräne-Tagebuch führen. Kann man machen, gibt es nette Vorlagen dazu, kannst du auf einen Monat einstellen, Name, Monat, Ja. Dann gibst du die Zeit mit an, Uhrzeit von bis, Dauer in Stunden, die Stärke, es gibt hier nochmal eine Legende mit dabei, gibt es die Stärke, Intensität, die Art, die Seite mit an, die Begleiterscheinungen und Auslöser. Ich würde hier nochmal, man kann das individuell ganz gut nochmal mit anpassen. Ich meine, wenn Übelkeit, Erbrechen nie ein Thema mit dabei spielt, kann man die auch rausschmeißen. Ich habe immer ein suggestives Thema, wenn ich jetzt nach den Auslösern frage, war es Stress, war es Erholung, war es Bewegungsmangel? Wie wir wissen, könnte ja auch eine übermäßige Bewegung ein Thema sein, ist es irgendwas mit dem Schlaf? Aber hier könnte man Auslöser versuchen mit abzufragen. Man kann die Medikamente, die man verwendet hat, mit angeben und die Wirkung eingeteilt von 1 bis 3 und sich noch ein paar Notizen dazu machen. Bewegt sich logischerweise sehr im Kontext, was vielleicht der erste Schritt ist, um vielleicht irgendwelche Verbindungen und Korrelationen zu finden. Aber ihr wisst es selbst, wie es mit den Tabellen ist. Die muss man auch alle erstmal auswerten. Und ob man dann wirklich etwas findet, habe ich natürlich im Patienten schon sehr fokussiert auf Schmerzwahrnehmung. Und das können sie ja bekanntermaßen relativ gut. Und wenn wir nochmal im biopsychosozialen Modell uns Therapieansätze anschauen, dann müssen wir, hier ist es jetzt als verschiedene Schichten, inner-, mittel- und äußere Schicht mit betrachtet, was nicht, also wo ich sagen würde, was nichts unbedingt per se mit Hierarchie zu tun hat. Es sei denn, ich lese es von oben nach unten vielleicht. Aber letztendlich kann ich, oder macht es auch Sinn, verschiedene gängige Therapieformen logischerweise mit anzugehen. Ich würde jetzt niemandem raten, setz mal alles an Schmerzmedikamenten unbedingt mit ab. Aber da würde quasi in der inneren Schicht das quasi mit ansetzen, im Nervensystem also verschiedene Medikamente zu verwenden. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar. Dann wäre wirklich das Thema rund um Persönlichkeitsverhaltensthemen, wo wir natürlich auch Lebensdiefaktoren mit einbauen können und alles rund um Community, Außenwelt, soziales Umfeld, Stresssorgen zu besprechen, zu identifizieren und im besten Fall eine Patientenedukation dort an den Stellen mit vorzunehmen. Gleichwohl, und das würde ich in diese innere Schicht mit einbauen, es müssen nicht unbedingt nur Medikamente sein, sondern wenn sich ein Wirkmechanismus bestätigt, dann könnte man ja in dem Bereich auch im Bereich der Mikronährstoffe zum Beispiel noch einiges tun. Wenn wir uns die Standardtherapien anschauen, das ist hier einmal auf Englisch, akut und präventiv, gehen wir diesen Akutteil einmal durch. Wir haben die erste Medikationslinie, zweite und dritte. Und ich zeige euch gleich nochmal ein Muster, wie das dann quasi eingesetzt werden könnte. Wir beginnen immer mit nichtsteroidalen Antirheumatika, ASS, Ibuprofen, Diclofenac. Warum kann das sinnvoll sein und warum? Wir wissen ja, dass Ibuprofen von einem größeren Hersteller ja auch gegen alle Arten des Kopfschmerzens wirkt. Wenn der Prozess ein entzündlicher ist, kann das sogar ein guter und sinnvoller Ansatz sein. Die zweite Linie, und das zeige ich euch gleich, wie dann quasi der Wechsel stattfindet, arbeitet man mit Tryptan. Was das ist, schauen wir uns an. Und die dritte Linie habe ich gar nicht nochmal im Detail nochmal mit aufgeführt, fällt mir gerade so auf. Und dann diesen präventiven Ansatz. Und der präventive Ansatz seht ihr auch eine Anzahl von verschiedenen bekannten Medikamenten, die gerne mit eingesetzt werden, alles rund um Beta-Blocker, die gerne mit eingesetzt werden. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Und die dritte Linie hier unten, die ist nochmal interessant, wenn wir über die CGRP mononuklearen Antikörper sprechen. Also ihr wisst, Calcitonin, Gene-Related Peptide, mononukleare Antikörper. Was im Umkehrschluss schon mal vorweggegriffen bedeutet, Schmerz wird weniger. Und hier setzt sich das eher im präventiven Kontext ein, was ich interessant finde, aber es scheint sich ja in Studien so bestätigt zu haben. Der Ablauf dieser Medikation, der ersten, zur dritten Linie. Ich gucke aber gerne auf die Frage, konventionell, wie schätzt du den Nutzen von Spritzen? Kann ich gerade gar nicht einsetzen. Ich weiß gar nicht, wo die hingespritzt werden, weil ich habe einiges nochmal mit lokalen Bereichen und Botulinumtoxin wird ja auch gerne nochmal mit eingesetzt, um da irgendeine Verbesserung zu erzeugen. Sigi, hast du da nähere Infos zu? Also ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Jetzt kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich ziehe die Punkte hier gerade nochmal kurz durch. Wir können gerne gleich noch ein bisschen diskutieren. Erste Linie, okay, nicht Geradale Antiromatica. Wenn das nicht funktioniert, dreimal, dann zweite Linie in der Kombination, die Tryptane, die mit eingesetzt werden. Dritte Linie erstmal dann das Tryptan oder noch vor der dritten Linie des Tryptan zu wechseln und dann andere Medikamentengruppen mit aufzugreifen. So, Tryptane, nur dass wir es einmal gehört haben und hier zeigen sich beide Medikamentengruppen, wo ich noch einmal kurz darauf eingehen wollte. Einmal die Tryptane und einmal diese Calcitonin Gene-Related Peptides, monolukleären Antikörper, die quasi genau an den Rezeptoren mit andocken und dementsprechend die Ausschüttung, und ihr seht das hier am Trigeminusnerv, weniger statt oder also werden ausgeschüttet und dementsprechend zellulär oder notizeptiv es weniger stark wahrgenommen wird. Und der präventive Einsatz macht Sinn, um die Rezeptoren quasi zu blocken dafür. Der eigentliche Effekt während einer Attacke ist aber der, dass CGRP ansteigt massiv während der ganzen Phase und nachher wieder abflacht. Also es ist preventiv für den Fall, dass etwas kommt, dass es dann nicht so stark wird. Und das zeigen die Untersuchungen auch. Und Tryptane und die Tane, kann ich jetzt auch noch mal direkt sagen, Tryptane und auch die dritte Linie, setzen dann an bestimmten Rezeptoren an. Und zwar an Serotonin-Rezeptoren. 5HT, also Tryptane an 5HT1B und 1D-Rezeptoren und die Tane an 5HT1F-Rezeptoren. Warum ist das wichtig? Wenn die dort andocken, simulieren sie die Wirkung von Serotonin. Und die Wirkung von Serotonin bedeutet auf der Gefäßebene Vasokonstriktion. Super gut. Und dementsprechend ist es symptomatisch etwas, was die Symptome sehr häufig oder gut reduzieren könnte. Deswegen werden sie gerne eingesetzt. Führt uns aber auch zu dem Punkt, dass wenn wir dann weiter uns das auch noch mal mit anschauen, gegebenenfalls auch herausfinden, dass vielleicht auch im Serotonin und im Entzündungskontext, also im insgesamt Tryptophan-Stoffwechsel, vielleicht wir auch ein paar weitere Auffälligkeiten finden. Noel. Jawohl. Also erstmal die prozentuale Verteilung bei Migräne zwischen Frauen und Männern. Siehst du da eine Verbindung zur Schilddrüsen-Desregulation? Weil das bei Frauen ja zehnmal häufiger als bei Männern auftaucht. Ja, siehst du da eine Verbindung unerkannter subklinischer Hypotherosen mit Low-T3-Syndrom? Sorry, ich muss die Frage erst selbst noch mal. Naja, also Schilddrüsen-Desregulation und wenn wir Low-T3-Syndrom haben und dementsprechend TSH wahrscheinlich im Normalbereich ist, dann haben wir sehr wahrscheinlich eher ein Thema der Umwandlung von T3 zu RT3 oder einen nicht ausreichenden Mikronährstoffhaushalt, um Schilddrüsenhormone ausreichend bilden zu können. Das wären jetzt meine ersten Ideen. Und wenn wir aber bei ersteren sind, dann haben wir definitiv eine höhere Aktivität der Stressachse und dann könnte das durchaus sein, das heißt mehr und häufiger, insbesondere Cortisol und Noradrenalin, die dafür sorgen, dass man immer wieder auf gleiche Stressoren sehr hochintensiv reagiert. Das reguliert die Schilddrüse physiologisch runter. Das macht in Akutphasen total viel Sinn, hat halt nur keiner gesagt, dass es ständig passiert, wie in unserem Umfeld. Von daher könnte es da schon eine Verbindung geben. Und bezogen, wenn wir es anders systemisch betrachten, was heißen dann niedrige Schilddrüsenhormone, dementsprechend auch Energiefreistellung oder Bereitstellung im Gehirn ist ein Faktor mit dabei, kann durchaus eine Rolle dabei sein. Verbesserung der Leberfunktion hat meiner Meinung nach einen positiven Effekt bei Migräne. Was hältst du davon? Finde ich auch. Ich weiß, da fällt mir gerade eine Frage, die ich nicht näher beantwortet habe, weil ich glaube, sie ergibt sich aus dem Laufenden. Wenn wir wissen, dass Entzündungsprozesse und Toxine und auch Schwermetallbelastungen möglicherweise ein Trigger sind, entweder die Gehirnfunktion mit einzuschränken oder zu entzündlichen Prozessen mit Sorgen oder führen, dann ist eine funktionsfähige Leber durchaus sinnvoll. Und es muss jetzt nicht eine Verbesserung der Leberfunktion, finde ich, einen wichtigen Aspekt auf jeden Fall, würde ich auch mitnehmen. Okay. Super, dann haben wir das. Und dann war die Folie, was ich schon gesagt habe, die Trigger, die keine wissenschaftliche, gesamtübergreifende Häufigkeit haben, ist das eine, sorgt das für das andere. Aber so unsere intraindividuellen Triggerfaktoren, die es definitiv gibt. Und da würde ich auch nicht von abweichen und würde ich mir auch genauer mit anschauen. Und ähnlich wie jetzt gerade das Thema, ob es die Schilddrüse eben ist, ich würde nicht nur den Blick auf nur einen Punkt lenken, wenn in der Anamnese sich gerade eben hormonelle Veränderungen gegebenenfalls darstellen, beziehungsweise entweder auch bekannt sind. Es war auch die Frage Richtung Östrogendominanz oder relative Östrogendominanz, also einfach einen Mangel an Progesteron mit dabei zu haben. Könnte das ein Faktor mit sein? Hormone? Ja, definitiv. Ich sehe Hormone, gerade Sexualhormone, ohne das jetzt zu, sind für uns alle wichtig, also Frauen wie Männer und kann ein Faktor sein, sollte mit berücksichtigt werden, aber es steht in der Kette und Verkettung eher weiter am Ende und da ist eher eine Folge von. Bedeutet, wir müssen die, und dann kommen wir auf ähnliche Mechanismen vielleicht mit dazu, verschiedene Lebensstilfaktoren mit berücksichtigen. Und deswegen habe ich extra nicht nur beseitigen, also wir wollen Hormone und Menstruation logischerweise nicht beseitigen, sondern im besten Falle regulieren, also was kann ich dafür tun? Psychologische Faktoren, Ängste, Depressionen, Schlaf, Störungen, Stress und vor allen Dingen nicht nur Stressvermeidung, sondern Stressverarbeitung, stressresistenter zu werden, macht durchaus Sinn mit einzubauen. Und Medikationen nochmal genauer mit zu beleuchten, was wird eingesetzt, muss es mit eingesetzt werden? Dazu zählen natürlich auch andere Substanzen, also nicht nur Medikamente, sondern auch Drogenkonsum, Umweltfaktoren. Ich habe eben schon mal so ein paar Dinge mit erwähnt, wenn wir über Alkoholkonsum, Gerüche, natürlich gehört Ernährung, steht auch nochmal mit dabei, also ein Faktor, Koffeinkonsum, auch Wetter und Wetterfühligkeit, die vielleicht eine Rolle spielen könnte und dieses Mahlzeiten auslassen. Hier ist es nochmal beschrieben, ich habe es auch nur rausgezogen, nochmal als Fasten beschrieben. Persönliche Erfahrung ist eigentlich, dass Fasten und auch Intermittieren des Fasten häufig gut funktioniert. Auch hier, wir haben das immer wieder ja auch schon mal als Thema gehabt, würde ich gerade bei Frauen nochmal drauf schauen, ob die Fastenzeit dann sich wirklich in einem Zeitfenster von 16 Stunden aufhalten müssen. Aber Mealskipping im Sinne von unregelmäßiges Mealskipping, das würde ich wirklich vermeiden. Aber regelmäßig in ausgedehnteren Distanzen zu essen, macht durchaus Sinn und funktioniert eigentlich auch relativ gut. So und zu den typischen präventiven Maßnahmen, um jetzt neben diesen Verhaltensweisen und möglichen Triggern, dass ich die natürlich versuche rauszunehmen, erstmal auch vielleicht schon dokumentiert zu haben, wenn Patienten zu Recht kommen und dann da wo möglich zu regulieren oder anzupassen. Auch wie gesagt, auch Medikamente und mögliche Nebenwirkungen darf man und gerade wenn es neuropsychologische Auswirkungen hat von auch Drogenkonsum, sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ganz simpel die präventiven Maßnahmen. Entspannung und Entspannung ist natürlich mehr als sitzen und zu meditieren. Ich gehe da genauer gleich nochmal drauf ein. Also ich rede hier jetzt eher von Vagus-Stimulation, in welcher Form dann auch immer. Von Ausdauertraining im besten Falle im Bereich der wirklich erstmal moderat beginnenden Bereichen wird sehr entscheidend sein, was möglich ist. Das heißt, je nach Episodenhäufigkeit, Phasen dazwischen, was kann man dann machen und Achtung, nicht zu intensiv, aber Ausdauertraining, Zone-2-Training, antioxidatives Training, halbe Stunde, dreimal die Woche. So das wäre etwas, wo man sich schon mal dran orientieren kann. Und das Thema Regelmäßigkeit in Nahrungsaufnahme. Und Regelmäßigkeit heißt ja nicht, man soll nicht fasten. Oder regelmäßig heißt auch nicht, ich soll 17 Mahlzeiten am Tag essen. Und das Thema Schlafhygiene. Wir haben schon mal so ein Pro-Time zum Thema Biorhythmus gemacht. Ich führe das einmal nur nochmal ganz kurz auf. Ich hatte mal so ein Schlafhygiene-Protokoll zusammengestellt. Was würde ich tun grundsätzlich? Da darf man gerne auch adaptieren. Ich beginne, bevor ich mit schlafen beginne, beginne ich mit dem morgendlichen Tag nach dem Aufstehen. Deswegen würde ich beginnen, mit einer Tageslichtlampe 10.000 Lux, mindestens 30 Minuten sich anleuchten zu lassen. Sollte es der Fall sein, dass diese Form von Licht nicht gut geeignet wäre. Licht ist aber ein guter Taktgeber, dann kann man es versuchen, vielleicht auf natürlichem Wege irgendwie wahrzunehmen, anstatt sich von einer Lampe anzustrahlen oder jetzt nach der Zeitumstellung auch schon morgens rausgehen zu können. Körperliche Aktivität über den Tag, Mahlzeiten sowieso in den aktiven Stunden des Tages und dann wirklich vor zum Bett gehen, dann drei bis vier Stunden im besten Falle nichts mehr zu essen. Blaulichtfilterbrille ab 19 Uhr. Ich hatte es bei euch, glaube ich, auch schon mal gesagt. Chronotypbestimmung kann man einfach einmal googeln, kann man sich nochmal im Selbsttest nochmal mit einstufen. Wo würde ich das hinsetzen? Aber so Pi mal Daumen, 19 Uhr. Es fällt mir ein, dass ich das auch langsam machen müsste. Die Lichtintensität unterdrosseln, das müsste ich auch langsam tun. Was könnte ich noch machen? Warmes oder ein heißes Bad vor dem Schlafen gehen. Auch hier Reiz, sich zu überlegen, wie gut funktioniert das. Es gibt Formen der Migräne oder auch hier auslösende Faktoren, dass diese kurze, obwohl es irgendwie auch ein sinnvoller oder auch beruhigender Faktor sein kann, es eher auch Migräne auslösend sein könnte. GABA als beruhigendes und ja, tendenziell eher indirekt wirkenden, weil GABA so in der Menge wahrscheinlich nicht Blut-Hirn-Schranken gängig ist, aber Melatonin als Möglichkeit mit zu verwenden, wenn Vitamin D dann in der ersten Tageshälfte Aminosäuren mit zu verwenden. Darüber kann man nochmal schauen. Slow Breathing, langsame Atemtechniken, die würde ich sowieso mit einbauen. Kühles Zimmer, Mouth-Taping, kann man drüber nachdenken, gerade wenn Schnarchen vielleicht auch mit ein Thema ist und so einen Tiefschlafwecker mit zu verwenden und das wie gesagt regelmäßig zu machen. Nur, dass ihr das hier auch nochmal mit dabei habt. Die Frage kam dann auch, gibt es so eine Migräne-Ernährung? Gibt es das irgendwie? Es gibt sie nicht in dem Sinne. Das heißt, es gibt keine einheitliche Migräne-Ernährung. Ich habe alles Mögliche abgesucht. Ihr wisst, wie das ist. Leitlinienkonform, voller Fokus auf Schmerz und Schmerzreduktion und ernähren Sie sich gesund und bewegen Sie sich viel. Lasst es uns runterbrechen auf den Ebenen, worüber wir eigentlich sprechen. Wir brauchen irgendetwas Antientzündliches. Es gibt ganz gute, habe ich eben schon erwähnt, Untersuchungen in Richtung probiotische Lebensmittel oder auch zusätzliche Probiotika mit zu verwenden. Wir haben bei der Antientzündlichen Ernährung auch dazu, weil das war übrigens auch mit eine Frage, gehört eigentlich auch mit in Richtung Supplementierung, aber die Frage nach Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, die ich im besten Falle natürlich eher in einem ausgeglichenen Verhältnis 1 zu 1, 2 zu 1 zu mir nehmen sollte. Es gibt aber einige Untersuchungen, die auch zeigen, dass der Überschuss, der deutliche Überschuss von Omega-6-Fettsäuren eher nochmal zu Vasodilatation führt und dementsprechend zu Migräne und Migräne selbst ist ein entzündlicher Prozess. Das bleibt zweifelsohne ein wichtiger Wirkmechanismus, der dazugehört. Von daher alles rund um Antientzündliche Ernährung, das auch mit einzubauen macht, durchaus und probiotisch, auch Probiotika zu verwenden, das heißt über die regelmäßige Verwendung kann ich die Intensität und die Anfallshäufigkeit reduzieren. Supergut. Ich sollte, das habe ich jetzt nicht hier nochmal beistehen, aber zumindest auf der Tonspur, peräbiotisch auch drüber nachdenken, auch hier nicht verdauliche Fasern, die von Bakterien zu kurzkärtigen Fettsäuren umgewandelt werden können, sind definitiv sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Haben wir natürlich auch das Darmthema logischerweise auch wieder mit dabei. Ich habe das in Ansätzen eben erwähnt, dass die bei den Prozessen, nachdem der Auslöser kam, es zu den entzündlichen Prozessen und zu massiven Ein- und Ausströmungen von Elektrolyten kommen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht auch sich mit dem Thema Elektrolytregulation mit zu beschäftigen. In dem Kontext wird immer mal wieder gerne Magnesium genannt. Wer den Talk nochmal zu Magnesium, ich glaube, das war das letzte Mal, als wir zu gesprochen haben, sich nochmal anhört, gibt es auch Untersuchungen in Richtung Migräne, den Einsatz auch isoliert von Magnesium mit zu verwenden und Regelmäßigkeit, habe ich schon erwähnt, in der Ernährung, also regelmäßig heißt aber dann nicht immer und dauerhaft zu essen. Bei dem Thema Supplementierung, und dann haben wir es auch gleich geschafft, habe ich drei Ebenen. Auf die ich gerne eingehen möchte. Das eine ist Energiehaushalt, Entzündungsregulation und Kontext, Komorbidität, je nachdem, was vielleicht noch mit ansteht. Und Energiehaushalt, ich weiß, Ute hat es, glaube ich, gefragt, was können wir, also ist das vielleicht so eine Art Mythohondriopathie? Ich kann es nicht genau beantworten, aber ist das ein Thema von zu wenig ATP und zu wenig ATP-Synthese? Ja, das durchaus, weshalb Magnesium, Riboflavin, also Vitamin B2 und Coenzym Q10, Ubiquinol, als präventive Standardtherapie in diesen Dosierungen Leitlinien konform so drinstehen. 600 Milligramm Magnesium pro Tag, 400 Milligramm Riboflavin, 150 Milligramm Coenzym Q10. Im besten Falle in zwei Dosierungen aufgeteilt. Bei Magnesium und Riboflavin ist das kein Thema. Bei Coenzym Q10 gibt es meistens entweder so 30 oder ich gehe dann immer gerne auf die 200 Milligramm. Und so müssen wir ja zumindest sagen, wo würde ich das dann bei uns finden oder was könnte ich gegebenenfalls machen? Energy, was für viele vielleicht ein Thema ist, hat irgendwas mit Sport zu tun? Ich habe es deshalb mit aufgeführt, weil wir hier alle Energie-Optimierungs-Kofaktoren mit integriert haben, von den wichtigen B-Vitaminen hochdosiert. Wir haben die Ribose nochmal mit dabei und wir haben Coenzym Q10, Magnesium auch dort mit drin, Magnesium auch nochmal isoliert möglich. Das ist ein wichtiger Faktor, nur als Tipp, weil ich setze das häufiger mit ein, die Menge würde ich immer zur ersten Tageshälfte nehmen, weil wenn Migreniker sehr stark auf Koffein reagieren und ein bisschen Koffein ja auch mit enthalten ist, rutscht das am Abend zu sehr und dann haben wir wieder einen negativen Effekt auf den Schlaf. Entzündungsregulation, weil auch da die Frage war, Omega-3-Fettsäuren ja oder nein und hilft es bei? Auf jeden Fall. Mengen habe ich jetzt nicht genau mit dazu geschrieben, weil ich mittlerweile, also Standardmenge wäre ein Gramm pro Tag. Im Idealfall würde ich mich daran orientieren, wenn es vielleicht auch einen Omega-3-Index gibt, um die Dosierung bestmöglich mit anzupassen. Was kann ich zur Entzündungsregulation tun? Cucumin, Lactoferin, auch Probiotika, die quasi einen indirekten Impact haben, gerade wenn die Entzündungssituation nicht nur zentral ein Thema ist. Und wenn wir über Komorbiditäten sprechen, da habe ich dann irgendwann auch mit aufgehört. Und klar, wir können über alles rund um Darm und Darm-Sanierung sprechen. Ich habe Pea nochmal mit aufgeführt, was sehr spannend ist bei der Schmerz-Medikationsalternative, wenn Stress, überschießender Stress ein Thema ist, über Ashwagandha, Crefonia, wenn wir über das Thema Serotonin und Tryptophanstoffwechsel sprechen und Polyphenole, wenn die Komorbidität sich gerne in den anderen Gefäßen mit abspielt und ich gerne zum Beispiel Olivenöl-Polyphenole mit einbauen wollen würde. Dann wäre das definitiv eine Möglichkeit. Wenn ich beantworte gleich die letzten Fragen, lasst mich noch eine Folie kurz machen und ich gehe nochmal auf dieses Thema Vagusstimulation, Vagusnervstimulation ein. Und ich habe extra dieses Bild gewählt, weil es gibt Vagusstimulationsgeräte, die habt ihr vielleicht auch in der Praxis oder verwendet die auch mit dazu. Meine Liste der Vagusstimulation sieht ein bisschen anders aus, weil ich habe dieses Gerät nicht. Es gibt aber wirklich sehr viele gute Untersuchungen dazu. Nur ich würde alles im Kontext verwenden, auch ich habe jetzt hier Akkupressur aufgeschrieben, was gefühlt Sinn ergibt. Akkupunktur letztendlich hat ganz gute Ergebnisse rund um Migräne, Intensität und Häufigkeit. Aber alles rund um Vagusnervstimulation, Slow-Breathing-Atemtechniken, Vagusnerv-Massagetechniken und bitte nicht falsch verstehen an Osteopathen, auch logischerweise Kraniosakranotherapie, Akkupressur habe ich schon gesagt, Achtsamkeitsübungen, anatomisch-physiologische Techniken wie das an der Zunge zu ziehen und nicht einfach nur so an der Zunge. Es gibt eine ganz gute Anleitung, Musik in bestimmten Frequenzen, um den Vagus zu stimulieren. All das würde ich auf jeden Fall mitgeben, nicht alles. Das, wo ich glaube, dass das gut funktionieren wird. Und deswegen habe ich dieses Reframing gerade noch mal, was ich versucht habe, euch mitzugeben, mit aufgeführt, dass die Betrachtung der Gesamtthematik Migräne außerhalb dieses Das ist eine schlimme Erkrankung, die sehr viele Schmerzen macht und viel Leiden erzeugt. Es sich lohnt, das, glaube ich, aufzugreifen und einen anderen Blick drauf zu wenden. Wer sich der evolutionären Perspektive nicht so gut annähern kann, kann es gerne in diese Wirkmechanismeneinteilung machen. Um auch eine Compliance zu haben, warum Menschen sich dann trotz Migräne mit Ernährungsumstellung und Supplementierung noch mal beschäftigen. Energieverteilungsthema. Ich glaube, da ist viel drin und gibt viele Möglichkeiten fernab der klassischen Das sind die Symptome und das ist die Diagnostik. Und so sieht mein Tagebuch aus und alles dreht sich nur um Schmerz, sondern eigentlich herauszustellen, was für krasse Gehirne Migränika haben. Genau. Werken auch noch mal ein paar Dinge versucht mit aufzugreifen. Also grundsätzlich dieses, Bernhard hat es eben auch gesagt, warum tritt es immer einseitig aus? Und in der Psychosomatik könnte ein Ansatz unter Umständen auch sein, das eine mit dem anderen nicht gut verbinden zu können oder vielleicht auch noch nicht verbinden zu wollen oder nicht bereit dafür zu sein. Also auch das ist vielleicht im Therapeutischen, auch in der Gesprächstherapie mit ein Ansatz, aus einer Hälfte was Ganzes und was Rundes zu machen und eine runde Sache draus zu machen. Ihr wisst, diese Einteilung von linke und rechte Gehirnhälfte, die hat sich so nicht bewahrheitet. Ich führe das trotzdem mit auf. Also eher so den kreativen Teil mit dem analytischen quasi enger mit zu verbinden, beide Seiten auch anzunehmen und Patienten auch mitzugeben, dass man gedankliche und auch visionäre Höhenflüge auch wirklich zulässt und dem Ganzen auch nachgeht und mitgeht. Und bei Kindern wäre ein Punkt, weil nochmal rein der Statistik oder der Epidemiologie beschrieben, typischerweise erst nach der Pubertät beginnend, heißt nichts, kann trotzdem sein, aber mal auch hier zu erfragen oder weiter einzusteigen, ob denn, wie gerade auch die Beziehung zu den Eltern, dieses Hingebende, das gilt sowohl für Eltern als auch für Kinder, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der dienenden Hingabe und den eigenen Ego-Bedürfnissen herstellen zu können und Kinder gegebenenfalls auch zu ermutigen, dass ekstatische und genussvolle Aspekte im Leben mit zu integrieren und statt vielleicht, das ist ja von Patient zu Patient sicherlich auch nochmal unterschiedlich, Leistungsthemen quasi in den Vordergrund zu rücken. Das nur als ein paar Ansätze. Ansonsten bleiben die Mechanismen wohl sehr gleich und ich würde an ähnlichen Punkten mit ansetzen, dass eher nur zum Ende nochmal hin. Gut. So, ich habe noch zwei Fragen für dich. Bitte. Erstmal zu der Folie von vorhin. Über welche Form von Magnesium hast du da gesprochen? Ah ja. Und zu dieser. Hier habe ich über Magnesium gesprochen. Über welche Form habe ich gesprochen? Es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die sich von Magnesiumoxid und organischen Verbindungen beziehen. Und ansonsten würde ich immer empfehlen, organische Verbindungen zu nehmen. Das hat einen Hintergrund, warum wir bei unserem Magnesiumpräparat auch nur organische Verbindungen mit drin haben, die auch gut bekömmigt sind, auch für den Darm sinnvoll sind, also Magnesiumlektat nochmal hervorzuheben. Und beides möglich. Und die nächste Frage, was sagst du zu BCAAs? Ja, finde ich super. Aber im Kont... Also die isolierte Anwendung... Also ich kenne keine Untersuchung, die jetzt aus... explizit sagt, es müsste unbedingt... müssen ausschließlich BCAAs sein. Aber ich würde Aminosäuren auf jeden Fall mit einbauen. Ich habe es irgendwo auch mit, glaube ich, irgendwo mit aufgeführt. Ich habe es im Schlafprotokoll noch mit aufgeführt. Ja, kann man gut machen. Okay, die hast du schon beantwortet. Okay, jetzt beende ich einmal ganz kurz hier den Bildschirm. Dann gucke ich mal an, ob ihr noch da seid. Gut. Gibt es sonst Fragen? Ja, Matthias, ich hätte noch eine kurze Frage. Wären denn allenfalls wegen diesem Energiemalungen im Gehirn auch MCT-Öl eine Lösung? Ja. Aber ja, klar. Also auf jeden Fall. Alles, wenn du jetzt das Päckchen aufmachst, Energieverteilung im Gehirn zu verbessern, kannst du alles verwenden. Das geht. Ich musste gerade nur schmunzeln, weil ich heute irgendwie wieder eine Seite nochmal drüber gestoppert bin und die Expertenmeinung ganz klar war, auch bei diesen, weil ich hatte eben dieses Thema regelmäßig zu essen, geht natürlich darum, dass das Gehirn um Gottes Willen nicht in eine Energiemangelsituation kommt, weil das ist das Problem, weil das Gehirn kann ja nur ausschließlich Kohlenhydrate verstoffwechseln und alles andere macht keinen Sinn. Von daher müssen es Kohlenhydrate sein und das ganz häufig. Das hatte ich gerade drüber nachgedacht. Aber nein, alles, was zur Energierregulation im Gehirn führt, Energie wieder besser zu verteilen. Und das heißt auch vielleicht, dass ich im Laufe meines Lebens meinen Hirnstoffwechsel auch nicht positiv mit beeinflusst habe. Also von daher, das würde ich auf jeden Fall alles mit aufgreifen. Das würde dann einfach einen ketogener Status betreffen, dass man immer wieder diese Flexibilität hat von ketogenem Status, der eben über die Ketone dann auch Energie liefert und dann auch mal wieder nicht, sondern die Kohlenhydrate. Ja. Und noch ganz kurz, weshalb beschränkt man eigentlich die MCT-Öleinnahme auf 5 Gramm pro Tag? Wer tut das? Also weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass zu viel auch zu Durchfall führt, wie so oft bei Ölen. Aber. Das haben wir halt so im Modul gelernt. Also, ja. Beim Chef selbst. Ja, dann scheint das ja, dann scheint das ja, ja, keine Ahnung. Würde ich ihn auch noch fragen. Frag ihn, frag ihn. Okay, aber es steht eben auch auf der Flasche, es steht auch, man soll nicht mehr als zwei Esslöffel pro Tag konsumieren vom MCT-Öl. Und dann habe ich mich auch schon gefragt und auch Klienten haben mich schon gefragt und ich wusste es nicht. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe die Gelegenheit, dich zu fragen. Aber ich frage den ja mal noch selbst. Mach mal. Dankeschön. Also irgendwo haben wir wahrscheinlich bei einer größeren Menge schon ein Thema von Kosten nutzen. Also verfügbare Energie in Form von Fett. Aber wenn ich es übermäßig viel konsumiere, also neben Nebenwirkungen, vielleicht auch nochmal, könnte auch ein Immunträger irgendwann sein. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, okay. Ja, danke schön. Malte. Ja, Fragen geht eigentlich in die gleiche Richtung. Und zwar für, wie relevant du überhaupt die metabolische Flexibilität vom Gehirn Gehirn in der Pathophysiologie eigentlich hältst. Also, wie gesagt, es gibt ja genetische Komponenten, die das Migränikagehirn letztendlich machen. Aber stolpern die Leute dann auch aus der Energiemangelsymptomatik häufig in eine metabolische Inflexibilität rein? Ja, wäre, also gehe ich fest von aus, dass das einen, also weil wir ja wissen, dass der, also so gut das Gehirn jetzt eigentlich so funktionieren könnte und ich eher ein Energiethema habe und dann nochmal die Phase habe, wo die Symptome auftreten und das quasi mich einmal durch diese Episode durchkämpfe, der Alltag ja meistens nochmal ein bisschen anders aussieht. Von daher ist genau das eigentlich grundsätzlich metabolisch nicht flexibel zu sein. Das hängt dann auch wieder mit Komorbiditäten zusammen. Also, ich sage mal so, ist jetzt ein, da habe ich jetzt nicht irgendwie das nochmal nachgedacht, aber ich höre von vielen meiner hauptsächlich Patientinnen mit Migräne, die sagen, wenn ich dann so eine Attacke hatte, dann ist mir danach auch alles völlig egal. So, das heißt Ernährungsmuster, alles, was wir besprochen haben, dann braucht es wieder, bis man wieder dort reinkommen kann. Das kann bedingt sein, wirklich, dass es eine Art Craving ist, gelernt, ich brauche jetzt einfach auch mehr Energie, aber wenn das Muster zu lange fortbesteht, dann wird es nicht vorteilhaft für die metabolische und gerade Hirnstoffwechsel-Energieversorgung sein. Also macht auf jeden Fall immer Sinn in der Therapie, auch an der metabolischen Flexibilität in welcher Form auch immer zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ja. Noch gerade eine Frage aus dem Chat. Gibt es eine gute physikalische Methode, die dagegen hilft, beispielsweise Eishürfel? In der akuten Phase? Ich habe, ist ein guter Punkt, ob man, also man kann mal probieren, aber ich kenne keine einheitliche, klassische Empfehlung im Sinne von machen Waschlappen irgendwie in den Nacken oder probiere es mit einem Eisbeutel. Da tippe ich eher so auf die, was sind die akuten Techniken, die vielleicht auch Patienten schon mal gefunden haben. Lagerung wäre vielleicht noch ein Thema. Kann ich nichts zu sagen. Ines. Ja, gerne nochmals ganz kurz. Wie schaut es aus bezüglich der Push-and-Pull-Thematik bei Migränikern? Wird definitiv ein Thema sein. Also sind wir ja auch wieder Energieverteilung, metabolische Flexibilität im Gehirn und sehr wahrscheinlich auch nicht gut Energie ziehen können. Also, dass das Gehirn zu wenig Energie zieht oder dass es in kurzer Zeit zu viel Energie zieht? Es würde ja gerne, guck mal, es würde gerne ziehen, kann aber nicht ziehen, weil der Mechanismus gar nicht mehr gut funktioniert. Und der funktioniert nur, wenn man das macht, was Malte gesagt hat, wir schalten uns alle metabolisch flexibel. Dann können wir alles an Energieträgern einfach aufnehmen. Aber wenn der Lebensstil mit einer hohen Mahlzeitenfrequenz und sehr hohen Energiedichten und immer zwischendurch essen und in jeder, das kann man auch nochmal abfragen, ein Non-Habituator würde ja gut dazu passen. Also immer wieder auf gleiche Stressoren hochschießend reagieren und immer wieder Energie reinführen, würde genau den Mechanismus quasi hemmen. Und dann kommt mein Gehirn ja quasi nochmal mehr in der Energiemangelsituation. Ja, klar. Gut. Ja. Gut. Sonst noch Fragen? Eine mache ich noch. Keine. Dann du, Noel. So. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich war jetzt auch das erste Mal dabei, um es live zu hören. Ich fand es mega. Ja, vielleicht kurz von meiner Seite. Ich habe eine hoffentlich gute Neuigkeit für euch. Ihr habt ziemlich lange auf einige eurer Lieblingsprodukte gewartet. Es sind noch nicht alle wieder da, aber es sind ab jetzt alle bestellbar. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Amin, Manuka, Reset, Biotic. Leider noch nicht die Amin-Sticks. Das folgt erst nächste Woche. Wie gewohnt zu bestellen. Die Lieferung wird sich nur verzögern. Bedeutet, ab dem 10.04. wird alles versandt. Und bei den Amin-Sticks entsprechend nochmal zwei Wochen später. Und hier haben wir als Aktion für euch, dass ihr es schon mal gehört habt als Erste. Sobald ihr das Ganze bestellt, kriegt ihr immer ein gerades Metabol dazu. Und hier natürlich immer, falls dazu Fragen kommen, wie lange dauert denn die Lieferung oder auch zum Metabol, gerne direkt an Natalia oder mich wenden. Ich glaube, sie ist gar nicht mehr drin. Aber wir sind immer beide erreichbar und für euch zuständig. Und vielleicht als kleine Nebeninfo auch Mutter und Sohn. Deswegen geht da auch nichts aneinander vorbei. Sehr gut. Jetzt wurde alles gut. Jetzt fändet sich alles wieder ein. Jawohl. Genau. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir. 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 Ähm. Ja.